Hallo und herzlich willkommen zum PC Games Community Podcast, Ausgabe 220. Ich bin Lukas und bei mir ist Tobi. Hallihallo. Ja, hallo. Ja, heute mal wieder in trauter Zweisamkeit. Ja, der Oli musste ja sehr kurzfristig leider absagen. Genau, ja. Naja, es wird manchmal so. Wir haben auch relativ wenig auf dem Set, Leute. Wir haben kein Review, kein Hauptthema. Wir haben nur ein paar News. Unter anderem sprechen wir über das angekündigte I, The Inquisitor. Außerdem Star Wars Jedi Survivor. Und wir sprechen über ein paar News rund um Sony und deren kommende Pläne. Aber zuerst sprechen wir natürlich erstmal darüber, was wir zuletzt gespielt haben. Und Tobi, ich habe schon mitbekommen, du hast gerade schon kurz erwähnt, dass du in Hardspace Shipbreaker ordentlich eingestiegen bist. Ja, seit zwei Tagen. Wir hatten ja mal kurz, glaube ich, wer war das? Der Philipp, glaube ich, war es, ne? Die Älster? Mhm. Ja. Der Älster, da habe ich mal kurz mal reingeschaut, als der Hardspace Shipbreaker gespielt hat, weil das ist ja jetzt die Version 1.0 rausgekommen. Äh, also wir hatten es ja schon mal sozusagen gereviewt im Podcast, äh, der Schrottcast. Frag mich nicht, was die Nummer war, aber, ähm, da hatten wir mal drüber gesprochen, als es noch Early Access war und jetzt kam eben die finale Version raus. Ähm, und ja, da hab, also, hab mich's wieder gepackt, als ich da zugeschaut habe. Jetzt bin ich auch wieder eingestiegen und habe schon in den letzten zwei Tagen, äh, bestimmt, äh, keine Ahnung, 20 Schiffe zerlegt. Ähm, und bin schon ordentlich aufgestiegen im Rang und das ist jetzt auch cool, weil, äh, du tatsächlich jetzt so mit jedem zweiten Rang, den du aufsteigst, schaltest du halt wieder eine neue Schiffsklasse frei und das sind dann wieder andere Zusammensetzungen und Bauarten und du musst wieder alles, also, weil das hat mich am, am Early Access war's halt, da gab's vielleicht irgendwie drei, vier Schiffstypen und die hast du halt irgendwann alle, also, wenn du die zweimal gemacht hast, hast du halt gewusst, wie das geht und dann, dann war's halt vorbei, so. Also, das hat, also, hat einen, finde ich, nicht so lange bei der Stange gehalten und jetzt gibt's diese ganzen neuen Schiffstypen und es gibt halt auch jetzt neue, also, es kommen halt auch mal wieder neue Sachen dazu, die du machen musst, was ganz cool ist. Also, du hast halt, ähm, äh, keine Ahnung, du musst, da gibt's dann Klasse-2-Generatoren, also, es sind ja immer diese Generatoren drin, wenn du die rausreißt, dann gehen die in so einen Meltdown und du musst die ganz schnell loswerden. Ähm, und da gibt's jetzt Klasse-2-Generatoren, wo du erst irgendwie, da musst du halt so fünf Schritte machen, du musst erst irgendwie den, 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 den Antriebskern davon abkoppeln und dann musst du die Kühle, die Kühlmittel erst rausnehmen, weil sonst gibt's, kriegst du so ein Kühlungsleak und dann kannst du erst den Generator rausnehmen und wenn du das halt falsch machst, dann hat der halt so einen super schnellen Meltdown. Und, ähm, kannst du auch machen, aber dann musst du dich halt echt schicken und, ähm, und lauter so Sachen und dann gibt's halt irgendwie, dann gibt's bestimmte Thruster, die du irgendwie, äh, die dann zum Brennen anfangen, wenn du die aufmachst und dann musst du halt ganz schnell rein, ohne selber Feuer zu fangen und musst halt irgendwie so einen Release-Walve irgendwie da ausschalten und so. Also, das ist echt cool, da gibt's jetzt richtige, so, die sind halt jedes Schiff, das ist wie so ein kleines Puzzle, ähm, also nicht wirklich ein Puzzle, halt, ähm, hat so verschiedene Schritte, die man da durchmachen muss, wo man schon ein bisschen aufpassen muss und, ähm, ja, aber es ist halt trotzdem noch super entspannt und das macht halt einfach, wenn du halt von so einem riesen Pot dann irgendwie diese Verbindungsstücke, die du ja da, du schweißt ja diese Verbindungsstücke durch und dann driften diese, diese Teile so auseinander, das ist halt einfach, äh, das, das hat schon was immer. Also, das hat so was Majestätisches, ähm, jo, also das macht mir sehr viel Spaß im Moment, ähm, und das mach ich jetzt gerade so in der Pause, weil ich hab ja, also Halo 2 hab ich durchgespielt, ähm, und zwischen Halo 2 und 3 mach ich jetzt, äh, nehm ich eine Halo-Pause und, äh, mach jetzt erstmal ein bisschen Hard Space Ship Breaker, ähm, jo, weil, äh, das kann ich auch noch kurz dazu sagen, ich habe die letzten zwei Folgen noch angeschaut von der Halo-Serie und, äh, ich muss sagen, ich war leider etwas enttäuscht jetzt von den letzten zwei Folgen, ich war ja super begeistert von der Serie vorher, äh, die letzten zwei Folgen haben sie jetzt nicht mehr so rausgerissen, fand ich, also jetzt, ich weiß nicht, also sie haben sich ja sehr viel Zeit gelassen in der Serie, was ich eigentlich ganz cool fand, so die, die haben die Charaktere sehr, viel aufgebaut und so, und jetzt hab ich eigentlich schon gedacht, dass in den letzten zwei Folgen, dass sie dann mal richtig hinne machen, irgendwie, und dass dann was vorwärts geht, äh, aber es zieht sich nach wie vor und auch, ach, keine Ahnung, so ein, zwei Sachen, die passiert sind, ich will sie nicht spoilern, aber, ja, war ein bisschen, war nicht so der Hit, also es ist schon immer noch, ich werd auch, ich werd mir die Staffel 2 schon noch anschauen und so, aber, weißt du, ich hatte halt auch gehofft, also die, diese ganze erste Staffel dreht sich halt drum, dass sie diesen Halo suchen, ne? Und ich hätte es halt ideal gefunden, wenn sie, also, weil es ist ja nicht so wie in den Spielen, aber es bezieht sich ja schon, also es ist ja das gleiche Universum, meine ich, und es ist halt, wie gesagt, viele Sachen sind anders, aber es ist trotzdem, es gibt wahnsinnig viele so Anspielungen drauf und so, ähm, und ich finde, es hätte sich angeboten, dass man sagt, okay, die ganze erste Staffel beschäftigt sich so mit dem, mit der Suche nach dem Halo, ne? Und dann die letzten zwei Folgen, so Staffelfinale oder sowas, machst du halt irgendwas Cooles und, ähm, Halo 1, also, äh, Halo Combat Evolved, das Computerspiel, geht ja so los, dass, äh, quasi, die, diese große Kolonie der Mainschein, Reach, gerade gefallen ist an die, an die Aliens, an die Covenants, und man selber, also die, die, die Pillar of Autumn, also das Schiff, äh, auf dem der Master Chief da unterwegs ist im ersten Teil, ist ja ganz knapp noch entkommen und hat dann halt im Spiel durch Zufall quasi den Halo gefunden. So geht ja der erste Teil los, ähm, und ich finde, es hätte halt ein super Staffelfinale abgegeben, also, halt mit, keine Ahnung, Covenant-Invasion von Reach, äh, was halt schon die ganze Staffel übervorkommt auch, äh, also Reach selber, und dann, dass man gesagt hätte, okay, und dann fliehen sie, und dann ist halt der, der letzte Shot von der ersten Staffel hätte halt sein können, dass man irgendwie den Halo findet, aber so haben sie es nicht gemacht, sie suchen immer noch, so viel kann ich schon verraten, und, äh, ja, man wird sich Staffel 2 anschauen müssen, um zu sehen, was passiert. Wie viele, äh, Folgen hat die erste Staffel dann? Neun. Mhm. Ja, also es sind jetzt nicht so viele, aber, äh, ja, aber wie gesagt, also ich hoffe mal, jetzt geht's dann in der zweiten Staffel wenigstens ein bisschen vorwärts. Ich will endlich mal den Halo sehen, so richtig, haha, haha, in der, in der Serie, die Halo heißt, ist da auch nicht zu viel verlangt. Das ist schon geil. Jo, ähm, ich wollte auch noch was sagen zu Hardspace Shootbreaker. Ich hab's auch ein bisschen gespielt, äh, noch nicht so lange, ich bin quasi nach dem Tutorial, ich hab da nur die erste Mission gemacht, aber ich hab noch ein ganz cooles Video gefunden, das geht zwar nur eine Minute, aber das ist, äh, das heißt Hardspace Shootbreaker Music of Space, und, äh, erklärt einer der Musikproduzenten, wie die das gemacht haben und was da so die Herausforderung war, und dass die Musik, äh, dynamisch gestaltet haben zu dem, was gerade passiert im Spiel. Ja, das merkt man auch. Ja, 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 doch, nee, also das merkt man schon, wenn man es ein bisschen spielt, dann kriegst du schon mit, dass, wenn du in der Nähe bist von so einem Hazard, also es gibt ja, Feuer und Electrical und dann eben Coolant und so, und wenn du da in die Nähe kommst, auch wenn dir selber noch nichts passiert, dann schwillt die Musik schon so an. Und, äh, wenn dir dann was passiert, dann, äh, das ist eigentlich ganz witzig, also ich hab mal, irgendwann hab ich mir halt auch aus Versehen, keine Ahnung, irgendwann hab ich was decompressed, also man muss ja dann auch darauf achten, dass man Druckausgleich macht und so, und das hab ich halt irgendwie nicht ordentlich gemacht, dann hat's mir irgendwas auf den Helm gedonnert, und dann hat da der Helm so einen Sprung, und dein Typ atmet total schwer, und dann geht auch die Musik, geht dann voll ab, und das ist dann, also wenn wirklich was passiert, wenn du Schaden nimmst, dann macht's auch mal so ein, das ist schon fast so, so fröhlich, also so, 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 wie so Hokey-Pokey-mäßig wird's dann halt, äh, weil das ist ja auch mehr so Country-Musik teilweise, oder Country-Tunes, und, ähm, und das, ähm, ja, wird's dann auch, also, ja, ja, nee, also das merkt man schon, wenn man, wenn man eine Weile gespielt hat, kriegt man das auf jeden Fall, äh, mit. Ja. Ähm, achso, und die Folge, die du vorhin erwähnt hast, die Podcast-Folge, in der wir die Early Access-Variante besprochen haben, war Folge 126. Ja, sehr gut. Jo. Okay, ähm, dann... Jo, hast du was gemacht. Genau, ich wollte gerade sagen, ich mach nochmal weiter, ich habe außerdem mal wieder ein bisschen, äh, Chaos Gate gespielt, also das Rohrheimer-Spiel, das X-Com-Ding, äh, ich bin immer noch mittendrin, ich hab schon gesehen, der Jakob, der Strauch, hat auf dem Discord geschrieben, erst schon durch, nach irgendwie 30, 36 Stunden oder so, und ich hab noch nicht meinen ersten Boss gesehen, also das ist bei mir ein bisschen wie bei X-Com auch, dass ich, äh, tendenziell eher grinde und mir denke, okay, ich, äh, ich, äh, level meine Soldaten erstmal auf und so, das hat dann hinten raus oft die Gefahr, dass ich dann vielleicht irgendwann keinen Bock mehr hab, weil ich zu viel gespielt hab, äh, aber bisher bin ich mit der gleichen Spielzeit ungefähr, auch mit 40 Stunden oder so, äh, immer noch gut dabei, und ich find's einfach super cool tatsächlich weiterhin, ich bin sehr zufrieden. Ja, also, ähm, ist es dann auch, hat sich's jetzt bewahrheitet, dass es dann auch wirklich super schwer wird, hinten raus, weil das habt ihr ja irgendwie vermutet gehabt. Hm, naja, so weit bin ich ja noch nicht, aber ich hab auf jeden Fall schon ein, zwei Missionen noch verkackt, tatsächlich, ähm, aber hätte ich heute neu erladen können, aber hab ich da nicht gemacht, sondern einfach weiter gespielt. Ja. Ähm, ja, muss man mal gucken, inwieweit sich das hinterher vielleicht noch recht, also ich hatte jetzt auf jeden Fall schon öfter mal dieses Problem, dass dieser Amita sich komplett gefüllt hat, also die Leiste, dass halt die, äh, die Versäuchung des, äh, des Universums da besonders hoch ist, aber das kann man dann halt mit speziellen Story-Missionen dann ausgleichen, oder mit bestimmten getriggerten Missionen. Ach so, ach, das geht auch zwischen, ich dachte, das wäre innerhalb von Missionen, das ist so zwischen den Missionen, dass diese Leiste hochgeht. Ähm, ja, klar, das, aber es gibt, äh, auch im All sozusagen auf der Weltkarte, wie es halt bei XCOM 2 auch war, dieser Amita, der sich füllt. Ja. Und dann ist es ja irgendwann auch so, dass, äh, dass das Spiel theoretisch einfach endet, wenn man da nicht noch was unternimmt. Ah, okay. Ach so. Und ich vermute, dass das hier genauso ist. Bisher konnte ich es zwei, drei Mal abwenden. Ja, aber, also dieser Timer, den ihr damals beschrieben habt, der war aber ja in den Missionen, und da war es doch so, dass wenn der voll ist, dass dann irgendwas, dass du irgendwie einen Malus kriegst oder irgendwas, ne? Genau, den gibt's auch noch, ja. Irgendwas Negatives passiert. Ach so, das sind zwei unterschiedliche Sachen, okay. Genau, also im Prinzip wird's halt innerhalb des Universums, ähm, mit dem, mit, mit dem gleichen Grund beschrieben, also halt mit dieser Korrumpierung, aber es sind im Spiel dann tatsächlich zwei verschiedene Mechaniken. Ja. Genau. Ja, okay. Oh, eine letzte Sache noch, äh, nur ganz kurz, aber ich muss es leider nochmal loswerden, äh, ich hab nochmal wieder die neueste Folge gesehen von Strange New Worlds, und, wow, beste Folge bis jetzt nochmal. Also, sie haben sich nochmal gesteigert, äh, echt Chefskuss, äh, sehr ordentlich, sehr ordentlich. Mehr will ich nicht sagen für die Leute, die es ja noch nicht sehen können in Deutschland. Sorry. Ja, gut, dann wäre einmal die Verlosung zu erwähnen, die aktuell läuft, äh, das ist, äh, Tale of Two Sons, der Steam Key, die läuft noch bis zum 3. Juni, den Key hat er ja gesponsert, wenn ihr den gewinnen möchtet, könnt ihr an der Verlosung auf dem Discord teilnehmen, im Verlosungs-Channel. Äh, das ist discord.gg slash vcgc. Uh, dann kommen wir jetzt zum Hörer-Feedback. Äh, ganz kurz. Irgendwas, äh, wollen wir das erzählen? Wir haben ja auch, äh, gewonnen. Äh, ich hab gesehen, wir haben beide gewonnen, und zwar ist zurzeit im, im Forum macht, äh, der User, oh Gott, wie heißt der im Moment? Audiopathic. Genau, Audiopathic, der macht ja zurzeit einen, also quasi in seinem Bilder-Thread, der schon eine ganze Weile läuft, wo man Bilder raten kann, also Screenshots raten kann, da macht er ja auch im Moment so ein, so ein Gewinnspiel jeden Tag, wo er irgendwie ein paar Keys abgibt an Leute, die, die Screenshots von ihm raten, ne? Das ist eigentlich ganz witzig, find ich. Ja, ich find, ich find, er übertreibt sich. Ja, du magst sowas, ich mein, ich weiß schon, aber, aber du hast ja auch was gewonnen, jetzt kommen wir. Ne, 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 das mein ich gar nicht, ich mein einfach nur seine Anzahl der Posts, die er da raushaut, also der, der Verlust hat pro Tag sieben Spiele gefühlt. Und, äh, keine Ahnung, der lässt dem Shred keine Ruhe. Ähm. Aber, äh, ja, aber im Prinzip ist es auch ganz nett, also ich find's, ich find's ein lustiges, äh, lustige Aktion, immer mitzuraten, was jetzt was ist. Ja, find ich auch. Äh, ich vermute, der ist auch, äh, so wie Jan, Humble, Wandel-User, deswegen hat er so viel zur Verfügung. Danach sehen die Keys auch aus, ja. Das ist jetzt nichts Tolles dabei, aber, äh, ja, ein paar kleine nette Sachen. Ich hab mir, äh, ich hatte nämlich, ich hab gleich den zweiten Screenshot oder so erraten. Äh, und hab mir, äh, man darf sich's ja dann raussuchen und ich hab mir, äh, Battlestar Galactica Deadlock tatsächlich rausgesucht. Hab's aber noch nicht angefangen. Naja, okay. Ich hab, äh, Tacoma genommen. Ich hab einfach die, also er hat jetzt nicht ein Spiel, was ich persönlich unbedingt spielen wollte. Und ich hab gesehen, wir haben bei uns in der Verlosungsliste noch Tacoma von Jan. Dann können wir irgendwann zwei Keys auf einmal verlosen. So kann man's auch machen. Ja. Äh, ja, okay, dann, äh, kommen wir jetzt zum Hörerfeedback. Hm, da haben wir wieder was von Martin, das lese ich mal vor. Wieder mal eine schöne Folge. Man merkt gar nicht, wie die Zeit verfliegt. Nina und Jan waren schön mürrisch und der Energie und Spaß von Lukas und Tobi war genau richtig dosiert. So gefällt mir das. Nur Ollis trockener Sakatmos fehlte, zum perfekten Glück. Ja, leider auch heute. Äh, Hörerfragen an das Panel und die Community. In welchem Spiel wart ihr bis jetzt am besten? Zum Beispiel Skill, E-Sport, Spielzeit, Wissen. Wenn eine Fee, äh, und zweitens, wenn eine Fee euch einen Wunsch gewähren würde, welcher wäre das? Die einzige Einschränkung ist, dass dieser mit Gaming zu tun haben muss. Äh, Tobi, hast du schon eine Antwort auf die erste Frage oder so? Ja, nee, ich hab eine Antwort drauf. Bitte. Ähm, FreeSell. Das ist was im Windows-Ding, ne? Ich bin extrem gut in FreeSell, ähm, weil ich hab, ich glaub, ich hab's schon mal erzählt, oder, dass ich mir extra, obwohl es das ja in Windows 10 oder so eigentlich nicht mehr gibt, ein Windows 7 Package runtergeladen hab, wo die alten Spiele noch drauf sind, weil ich immer, wenn ich einen Film anschaue oder eine Serie oder so, ähm, dann hab ich's mir angewöhnt, da immer irgendwie rumzuklicken. Ähm, währenddessen, äh, und irgendwas nebenher zu machen, ähm, also, und wenn's halt nicht, also, wenn ich halt schon genug auf die Serie achten will oder auf den Film, dass ich nicht jetzt irgendwie Diablo spielen kann oder so, äh, dann spiel ich halt irgendwie entweder FreeSell oder tatsächlich Minesweeper. Und jetzt muss ich mal kurz gucken hier in meinen Statistiken, warte, ich schau's grad nach. Also, ich habe in der, seit dem letzten Reset, der wirklich schon Jahre her ist, das läuft jetzt hier schon eine ganze Weile, habe ich, ähm, 14.000, 294 Spiele gewonnen von 14.305 gespielt. Also, ich habe nur 11 Spiele verloren, ansonsten alle gewonnen. Und mein, mein längster Winning Streak im Moment ist bei 3.294. Sehr gut. Ähm, ja, bei mir ist das wie bei, äh, das haben ja einige auf dem Discord schon geschrieben, was bei ihnen so ist, äh, und bei mir ist es genau wie bei Nils, tatsächlich Dota, oder Dota 2, dass wir auch gemeinsam viel gespielt haben. Und Nils hat geschrieben, er hat irgendwas von wegen 8.000 Spielstunden oder so. Boah, krass. Ja, ich hab irgendwie 5.700 oder so, also auch sehr, sehr viel gespielt auf jeden Fall. Ähm, wobei man dazu sagen muss, das ist auf jeden Fall so ein Spiel, was man öfter mal im Hintergrund dann einfach laufen hat, oder wo man auch ingame halt sich Profispiel und so anschauen kann. Also, es ist wahrscheinlich viel Idle-Zeit dabei. Mhm, mhm. Aber trotzdem, ordentlich. Aber, genau. Dennoch, äh, eine, äh, nicht unbeachliche Zahl an Zeit auf jeden Fall ist mit Abstand das Spiel, was ich am meisten gespielt habe. Also, danach kommt irgendwie, ich glaub, Bad Company 2 mit 1.000 Stunden oder so. Ja, ich muss grad mal kurz gucken. Ich glaube, also, bei mir ist das, was ich am längsten gespielt habe, pass mal auf, äh, das kommt wahrscheinlich auf, ähm, ich, ich schätze jetzt mal All Games. Ähm, ja, ist natürlich Mass Effect 2, ist ja klar. Äh, mit 211 Stunden. In Steam, in Steam, also, vielleicht gibt's außerhalb von Steam, aber ich wüsste jetzt auch nichts. Also, bisschen, bisschen andere Kategorie, sag ich mal. Aber ich spiel auch keine Online-Spiele, weißt du, also, ähm, das ist halt, äh, ja, also, das ist halt eine andere, ein anderes Ding. Deswegen ist es bei mir auch Freestyle, weil ich hab, ich hab jetzt, ich hab nie ein Spiel gehabt, wo ich super kompetitiv war. Bei Singleplayer-Spielen ist ja eh egal. Und, und, äh, wie gesagt, online mach ich ja nicht so viel. Darum auch. Ja, du bist ja auch eher der Story-Spieler, ne, weil ich hab ja selbst in, äh, irgendwelchen kleinen Spielen hab ich dann mehr als du in Mass Effect, also, keine Ahnung, ich hab ja zum Beispiel in Dead Cells hab ich irgendwie auch 300 Stunden oder so und ich glaub in Darkest Dungeon auch, also, ähm, das ist mir egal. Ich grind die dann halt auch ganz gerne, wie ich's grad ein bisschen schon gesagt hab, auch bei X-Men und ähnlichen. Ja, also, ich kann mir, also, in Diablo 3 hab ich bestimmt auch schon sowas um die 500 oder so, könnte ich mir vorstellen. Stimmt. Aber ist halt nicht im Steam, ist nicht im Steam. Und man kann leider, ich hab's schon mal geguckt, ob man die Spielstunden nachschauen kann im Blizzard Launcher, geht aber nicht. Ähm, du kannst es nur auf irgendwie, du kannst irgendwie nachschauen, wie viele Stunden du mit einem Charakter verbracht hast und, oder mit, mit, mit einer Charakterklasse, glaub ich, und dann, wenn du halt zum Beispiel, ich hab halt, glaub ich, bis jetzt nur einmal den Witch Doctor gespielt, dann kann ich, glaub ich, nachschauen, wie viele Stunden und dann kann ich sehen, wie viele Prozent der sind und dann könnte ich's mir ausrechnen. Aber so viel Aufwand hab ich auch noch nicht reingesteckt. Aber gibt's da keine externen Seiten, die das tracken können? Nee, eben nicht. Also, ich hab noch nichts gesehen. Das ist, und ich hab auch mal, ich hab tatsächlich mal irgendwann nachgeschaut, weil's mich auch mal interessiert hat. Da sagten aber auch tatsächlich die Leute, nee, das ist die einzige Möglichkeit, das so zu machen. Das ist über diese Charakter-Nutzungsgeschichte irgendwie. Aber, naja, ich will's gar nicht wissen, ey. Ja, und dann war, Dota war bei mir auf jeden Fall auch das Spiel, wo ich am meisten Ambitionen hatte, irgendwie viel zu erreichen, Anführungsstrichen, und wo ich auch sehr viel Rank gespielt hab und auch sehr kompetitiv war und auch sehr toxisch war tatsächlich. Also, das kam dann auf jeden Fall alles zusammen. Das war auf jeden Fall zumindest über einen gewissen Zeitraum so, dass ich da auch mich ziemlich asozial verhalten hab, weil ich dachte, ich wüsste es immer besser als andere und so. Also, das hab ich dann zweitmal abgelegt, aber ... Okay. Kann ich mir gar nicht vorstellen, weil dir so abgießt dann auf einmal hier. Ja, das war auf jeden Fall, ja, da war ich noch auf jeden Fall auch deutlich jünger. Und da hat man vielleicht auch noch ein bisschen mehr Aggressionen, die man vielleicht loslässt an anderen, wo man das vielleicht noch nicht so reflektiert und so. Ich war jung und brauchte den EP. Ja, richtig. Ja, und was hat's mir gebracht? Nix. Ja, und jetzt heute, also ich find das Spiel immer noch super cool. Das ist auf jeden Fall auch immer noch, was ich noch regelmäßig schaue, so mir halt Pro Games und so angucke und immer noch sehr begeistert bin eigentlich. Aber ich würd's halt nicht mehr spielen so, weil's einfach viel zu zeitintensiv ist. Also, zumindest wenn man das auf einem etwas höheren Level spielen will und nicht nur einfach so ein paar Runden vor sich hinterdeln will. Deswegen kommt das eigentlich schon nicht mehr in Frage, es sei denn, ich gönne mal zufällig im Lotto, auch wenn ich nicht spiele. Ja, das haben ja auch der, hier der Sugi und der Stauche, der Jakob hier im Forum, die haben eigentlich ja genau das Gleiche geschrieben. Die haben ja gesagt, sie waren früher auch, also noch bevor irgendwie quasi die Ligen alle gesponsort waren mit Teams und so, sondern eher so vor zehn Jahren, als das noch alles so ein bisschen mehr unter der Hand lief, dass sie da auch so ein bisschen in Ligen und E-Sport mäßig und sowas dabei waren damals. Aber dass es halt auch so dermaßen zeitintensiv ist, dass es halt, ja, praktisch nicht mehr machbar ist. Ja, die beiden haben sich auf Counter-Strike bezogen, ne, glaub ich. Ich meine, ja, Counter-Strike, beziehungsweise ich glaub auch WoW teilweise und so. Ähm, aber ja, ich meine, man sieht's ja allein, wie gesagt, wenn du sagst 8.000 Stunden, das ist halt schon, das ist halt einfach krass. Ja. Das muss man erst mal zusammenkriegen. Ja. Das stimmt. Bin ich ehrlich gesagt ganz froh, dass ich das nie gemacht habe. Ähm, ne, ich bereue es auf jeden Fall nicht. Es war natürlich eine intensive Zeit und vielleicht sehen jetzt einige auch alles verschwendet an, aber es hat ja auch auf jeden Fall viel Spaß gemacht. Ja, naja, gut, ja, das stimmt auch wieder. Ähm, ja, wie sieht's aus? Hast du einen Wunsch in Bezug auf Gaming, den dir eine Fee gewähren soll, Tobi? Boah, das ist jetzt total schwierig, weil ich hab schon gesehen, dass die Leute alle irgendwie so tolle Antworten gebracht haben hier. Also jetzt unironisch tolle Antworten, so, 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 voll hier, ich weiß nicht, irgendjemand wollte, dass alle Entwickler besser bezahlt werden und dass es keinen Crunch mehr gibt und so. Ähm, meine erste Reaktion war, ich will der Fee sagen, dass ich bitte die Geschichte von Mass Effect wieder vergessen soll, damit ich's wieder von vorne erleben kann. Also es war so ein bisschen self, bisschen selfish, das Ganze. Ah, das war mein erster Impuls. Ja, ist doch okay. Jo, dazu schrie ich's. Dazu schrie ich's auch. Äh, meine tatsächlich auch, weil mein Wunsch wär gewesen, dass, äh, ich ein Spiel sozusagen selbst entwickeln darf, also nicht als jemand, der das technisch umsetzen muss, sondern quasi meine Vision umgesetzt wird, äh, mit entsprechenden Mitteln und Mitarbeitern und so. Und dass man sich sein Wunsch viel bauen kann, was ich auch ziemlich cool finden würde. Und es wäre natürlich ein, äh, ja, es wäre von Gigantomanie geprägt. Mhm. Und, äh, quasi so eine Plattform, dass man's auch, äh, immer wieder erweitern könnte und dass es modbar wäre und so und dass es quasi eine lange Lebensdauer hätte. Also du, du würdest dir wünschen, dass du der neue Chris Roberts, ähm, quasi das, das nächste Chris Roberts Projekt in Angriff nehmen kannst. Ja. Sehr gut. Stimmt, schön, ja. Äh, ja, genau. Äh, ja, vielen Dank, Martin, äh, für das Feedback und die Frage. Jo. Und, äh, dann haben wir tatsächlich nach, äh, längerer Zeit mal wieder einen Brief bekommen von dem Daniel, dem Leinhard. Und, äh, ne. Ja. Unser alter, äh, unser alter, äh, Kamerad und Veteran und, äh, Podcast-Leserbrief-Schreiber ist zurück. Und wer ist jetzt nicht da? Der offizielle Leinhard-Leserbrief-Vorleser Olli hat sich aus dem Staub gemacht. Deswegen muss ich jetzt hier in völlig unadäquater Weise, äh, einspringen. Aber ich, äh, das ist... Was? Äh, Olli wusste ja noch nicht, dass wir den Leserbrief auch ein bisschen gekürzt haben. Ja, ja, also der Olli hätte das alles vorgelesen. Wir haben es jetzt ein bisschen eingekürzt, ähm, aber ich werde versuchen, ich gebe mein Bestes hier. Ähm, hallo, wertes Podcast-Tarriere-Team. Das wurde gerade nicht geschrieben, Podcast-Tarriere-Team. Ähm, euer vergessener Schreiber ist mal wieder da. Mal eine Frage so an die Warhammer-Nisten, sicherlich nur Lukas unter euch. Wie sähe es denn mal mit, äh, wie sähe denn mal euer favorisiertes, auf den Schirm gebrachtes Spiel aus? Äh, ja, Lukas, hast du eigentlich gerade beantwortet, ne? Ähm, mit Darktide kommt zwar gegen Ende des Jahres mal wieder etwas mit einem höheren Budget und von fähigeren Leuten, Wermintide. Aber meiner Ansicht nach gibt es so viel mehr, was man in einem Warhammer-Universum ansiedeln kann, als einen schnöten Left 4 Nurgle-Koop-Shooter. Ja, Lukas, also es geht um ein Spiel im Warhammer-Universum. Oder wäre es das eh gewesen? Ähm, ne, tatsächlich ist es so, dass das Chaos-Geld Demon Hunters meinen Wünschen schon sehr nahe kommt. Ähm, es hat auf jeden Fall einige Ecken und Kanten, die man noch polieren und ausbessern könnte. Aber ich habe mir eigentlich immer ein ordentliches, rundenbasiertes, also XCOM-like sozusagen, äh, Warhammer-Game gewünscht im 40K-Universum. Das Einzige, was mir nicht so gut gefällt, ist die Fraktion, die man spielt hier, die Grey Knights. Ähm, ich hätte mir eher gewünscht, dass man stinknormales Space Marine spielt, irgendein Chapter und dass man dann dementsprechend auch, äh, die Anpassungen farblich und so vornehmen kann. Also es gibt ja ganz viele verschiedene Orden in der Warhammer-Welt und, äh, die unterscheiden sich halt alle optisch ein bisschen und so. Und, äh, das hätte ich ein bisschen besser gefunden. Aber ansonsten fände ich das Spiel doch sehr, sehr gut und, äh, ich freue mich sehr auf den zweiten Teil. Der kommt. Davon gehe ich stark aus. Also ich glaube, es war erfolgreich genug. Ja. Ja, es kommt ja auch eh noch relativ viel Warhammer-Zeug. Haben sie ja nicht auch irgendwie ein Space Marine 2 und so in der Mache? Also es ist ja nicht nur Warhammer-Zeug, ne? Genau, ja, das Space Marine 2, dann, äh, das hier von ihm erwähnte Dark-Zeug. Ähm, und ja, es kommt ja dauernd irgendwas. Es ist ja auch immer viel Grütze dabei, muss man sagen. Aber das sind jetzt tatsächlich mal ein paar, die sehr vielversprechend aussehen. Ja. Na gut. Ja, dann. Fingers crossed für Warhammer. Ähm, Leinert schreibt weiter. Ähm, Mann, für 3D-Druck wäre ich auch zu haben, wo ich doch einen Prusa SL1-Racer, Resin-Drucker habe. Erste Modell versuche ich hier, und dann hat er uns eine Webseite gegeben. Ähm, ja, äh, habe ich jetzt auch nicht mehr viel zuzufügen. Ich habe leider auch, ich habe letzte Woche nichts gedruckt hier bei mir in der Arbeit und habe leider auch vergessen nachzuschauen, was wir jetzt genau für einen Drucker haben. Ähm, aber ja, wen das interessiert, kann sich die letzte Folge durchführen. Da haben wir sowohl im normalen Teil als auch im Hardware-Teil viel über 3D-Drucker geredet. Und, ähm, jo, da ist was zu tun, designtechnisch. Dann schreibt er weiter. Äh, die Diskussion zu dem Diversitätstool Activisions fand ich echt interessant. Natürlich darf man davon ausgehen, dass es genutzt wurde und wird. Egal, was die hohen Herrschaften von dieser Firma meinen. Ich erinnere an dieser Stelle an den Begriff der Schere im Kopf, welcher die Situation für die Künstler unter diesem Tool und deren Selbstzensur beschreiben dürfte. Ähm, ja, da wollte ich, das, also, sehe ich halt genauso. Ich habe es ja das letzte Mal schon gesagt, ähm, im Podcast, ähm, dass davon auszugehen ist. Und wir hatten auch noch ein bisschen eine Diskussion jetzt im, im Discord. Ich glaube, äh, war es Freezer, glaube ich, ne? Hat, hat ja auch nochmal geschrieben, dass er das Tool eigentlich jetzt wesentlich weniger problematisch sieht, als, äh, ich zum Beispiel im letzten Podcast oder so. Ähm, und dass es ja schon auch helfen kann, ähm, sozusagen Lücken aufzuzeigen, wenn man irgendwie was Neues macht oder so. Ähm, ja, schon. Allerdings glaube ich, und das habe ich ja letztes Mal auch schon gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass dieses Tool nicht verwendet wird, um quasi Punktzahlen entweder vorzugeben vom Management oder dass man halt eben, wie gesagt, durch diesen Gamification-Mechanismus so drauf angetrimmt wird, irgendwelche Punktzahlen zu erreichen. Und dann sehe ich es eben so, wie, wie Leinart hier auch, dann wird es halt wirklich zur, ja, zu so einer Zwangsaktion, so eben Schere im Kopf oder halt irgendwie so, so selbst, ja, weiß ich nicht, selbst aufoktroyierung. Und nochmal, das hat nichts damit zu tun, dass ich was gegen Diversität hätte in irgendeinem Cast, ganz im Gegenteil. Äh, mir geht's da eher darum eben, dass eine, dass ich gerade die Generierung von Charakteren und das Schreiben von Charakteren für, für was halte, was man wirklich einfach kreativ machen sollte, je nachdem, welche Geschichte man schreiben will und so. Und da sich als Autor direkt in so eine Korsettsituation zu begeben, ist halt uncool, finde ich. Und, äh, das haben ja auch die Leute zum Beispiel von Overwatch 2 und sowas in den Twitter-Nachrichten dann gesagt. Und das kann ich auch verziehen. Ja, wobei die ja auch dann gesagt hat, die eine Mitarbeiterin, dass sie sowas nie genutzt hätten, ne? Also, dass, äh, Ja, die waren ja schon. Das ist das Tool, bei dem nie zum Einsatz kam. Genau, die waren ja schon outraged, äh, ob der, der Idee dahinter. Ähm, wobei, ja, also sie selber vielleicht nicht, aber der Blogpost hatte geschrieben, dass sie es da anwenden. Also, weiß ich auch nicht genau. Vielleicht auf irgendeinem Management-Level dann, und die kriegen es gar nicht mit, und dann werden Charaktere abgelehnt, die da nicht reinpassen oder so. Ich weiß doch nicht, wie es dann abläuft. Aber, ja, also, dass es, dass es nur sozusagen als, irgendwie so im Hintergrund als, als Ratgeber genutzt wird oder so, kann ich mir irgendwie dann auch nicht vorstellen. Aber, naja. Äh, okay. Ähm, dann schreibt er, hat er einen ganz langen Paragraph, ähm, zu Star Citizen, wo wir ja letzte Woche den Letter of the Chairman, ähm, besprochen haben, wo er auf verschiedenste Aspekte eingeht, die ich jetzt so ein bisschen zusammenkürzen will, wie gesagt, weil das war ein sehr langer Absatz. Und, ähm, ja, ich glaube, das kann man jetzt nicht alles nochmal aufrollen, aber im Prinzip geht es ihm auch darum, dass halt, ja, er auch so ein bisschen desillusioniert ist, ne, dass ihm alles sehr viel zu lange dauert, dass, ähm, gerade in den Multiplayer-Titel sehr viel Zeug reingebastelt wird, was für den Singleplayer-Titel vielleicht gar nicht so nötig gewesen wäre und dass der deswegen so lange dauert. Und, ähm, dass man sich halt eben, ja, verzettelt hat in lauter Kleinscheiß letztendlich. Und dass außerdem die Hälfte noch nicht geht. Er sagt irgendwie, dass bei ihm zum Beispiel die, diese Wolken von dem neuen Gasriesen, die ruckeln bei ihm wie Sau, was bei mir auch der Fall ist. Und er sagt auch, sie sehen nicht gut aus, da stimme ich ihm nicht zu. Ich finde, sie sehen ziemlich cool aus, aber okay, Geschmackssache. Ähm, und, ähm, ja, also im Prinzip schließt er das Ganze ab mit dem, mit dem Satz, ähm, ähm, dass man nicht nur, äh, sozusagen Marketing, äh, für die öffentliche Meinung machen soll, sondern auch einfach mal Dinge rausbringen soll. Und dann schreibt er, es kann nur vorwärts gehen, auch wenn niemand merkt, in welch gigantischem Kreis sie sich hier drehen. Und, ja, also ich hoffe, ich hoffe mal, dass der Kreis wenigstens eine Spirale ist, ne. Das wäre schon mal was. Ähm, vielleicht im Kreis irgendwo hin, aber wer weiß. Ähm, ja, also, weiß ich nicht. Habe ich jetzt auch nicht so viel nochmal zu anzubringen, muss ich zugeben. Wir haben es ja das letzte Mal schon gesagt, was da die Probleme auch sind. Jo, ähm, und dann schreibt er also, das war es mal wieder von mir und schönen Gruß euer Schreiberling Daniel. Ja, vielen Dank, dass du uns mal wieder geschrieben hast, Daniel. Äh, sehr cool. Auch wenn ich jetzt den Star Citizen Teil vielleicht ein bisschen krass eingekürzt habe, aber, ähm, freut uns auf jeden Fall wieder von dir zu hören und dass du nach wie vor am Start bist. Ja. Wir hatten auch noch bei PC Games Hardware, äh, tatsächlich ein bisschen, äh, Feedback bekommen im Forum. Äh, das lese ich jetzt nicht speziell vor, aber nicht dafür vorgesehen, denke ich. Aber da haben wir auch ein bisschen Lob bekommen von einem Star Citizen Fan, was mich gefreut hat auf jeden Fall. Äh, nachdem ich da ein bisschen Werbung gemacht habe für die Folge. Ja, ja, der uns bescheinigt, dass wir, äh, dass wir uns gut auskennen oder so, ne. Irgendwie, äh, hab ich, hab ich gehört. Haha. Ähm, so geschrieben. Genau, ja. Ja. Ja, ich schaue, ich schaue immer genug Videos von, von den Leuten. Ja, ich auch. Äh, ich spiel's die, aber ich schaue Videos, klar. Das muss reichen. Wer wissen will, wie lang der Bart von Jared Huckabee gerade wieder ist, der muss noch mich fragen. Ich weiß, ich weiß sowas. Ich denke mal tatsächlich, wenn Star Citizen dann eines Tages erscheint, also nicht Squadron for the 2, sondern das richtige Spiel, dann werde ich's mir auch kaufen, obwohl ich mir relativ sicher bin, dass das nicht das richtige Spiel für mich ist, aber dann will ich's, glaube ich, doch schon mal spielen, tatsächlich nochmal. Ja, komm, Lukas, dann machen wir, machen wir den, den PCGC-Pod. Also irgendwie so ein, besorgen wir uns so ein, so ein Multi-Roll-Schiff und jeder macht irgendwas. Ja. Und du bist der Käpt'n, weil du bist der Chef hier. Nee, das machst du mal schön. Ich mach den Hausmeister. Nee, nee. Ich bin Wissenschaftsoffizier und sag die ganze Zeit nur, keine Ahnung, irgendwelchen komischen Technobabbel, den keiner versteht. Okay. Ja, das ist klar. Vielen Dank, Daniel und auch Martin, für eure Briefe. Und dann kommen wir jetzt zum Hardware-Teil. So, da bin ich wieder und bei mir ist einmal der Nino. Servus. Und einmal der Jan. Hallöchen. Ja, Hallöchen. Ja, wie sieht's aus, Jan? Was hast du diese Woche so gespielt? Ach so, direkt in die Folgen. Na gut. Ich hatte Borderlands Pre-Sequel gespielt. Da hat es mich ja angeschrieben und hat mich gefragt, ob ich jetzt die Borderlands-Reihe durchmache. Dann hab ich ja zurückgeschrieben, nee, ich hab die schon alle durch, aber mir fehlte das Pre-Sequel. Und da ich ja, weiß nicht, seit Jahren aktiver Abonnent im Humble Bundle bin, kam das mal irgendwann in meine Bibliothek und das hab ich dann halt gestartet und angefangen. Ich hätte es auch in, weiß nicht, elf Stunden oder so beendet, aber am Ende kommt so ein Fight, wo das Level-Scaling halt brutal reinhaut und da muss man halt irgendwie noch so ein paar Nebenmissionen machen, was mich so ein bisschen abgefuckt hat. Ich hab's eigentlich schon deinstalliert gehabt, aber dann gesagt, na komm, guck's dir noch ein paar Nebenmissionen an. Ja, die waren auch alle nicht so geil. Teilweise waren die ein bisschen witzig und haben ein bisschen Fluff noch hinzugefügt. Teilweise aber waren die halt einfach nur eine dusslige Leben-Mission. Man merkt dann schon, dass es eher ein älterer Titel ist und jetzt nicht irgendwie so den Feinschritt von Borderlands 3 hat, was man ja mehr oder weniger widerstandslos durchspielen kann. Und ja, dann hab ich da quasi noch die letzten zwei Boss-Fights gemacht und da hab ich die Credits gesehen und dann hab ich's deinstalliert und dann war auch das dann vorbei. Ist jetzt nicht, wo man sagen muss, oh, diese Perle muss man unbedingt nachholen. Ich kann mich dunkel darin erinnern, dass es rauskam, schon nicht besonders gut besprochen wurde. Aber es ist halt irgendwie so ein Borderlands. Es ist halt irgendwo, ja, ist ganz nett, sagen wir's mal so. Ja, das kam echt nicht so gut an und ich hab das auch nicht durchgespielt, tatsächlich, obwohl ich's mir damals zum Release mehr gekauft hatte. Und dann hatte ich nur Life is Strange weitergespielt bis zum gewissen Punkt. Das ist jetzt irgendwie Kapitel 3, das so, und dann bist du jetzt in dieser Welt, also halt das Spiel spielt ja in so einem, weiß ich nicht, kanadischen Dorf oder sowas und du bist dann quasi so rein und du hast dann quasi so ein LARP und da geht dann quasi so, ja, die Story öffnet sich nochmal beziehungsweise gibt dann ein ganz neues Kapitel und da hatte ich dann nicht mehr die Motivation, mich da irgendwie jetzt in diese neue Welt zu geben. Ich weiß nicht, ob du das kennst und da muss ich dann mal ein paar Stunden Zeit haben oder so und da hab ich dann wenig Bock dann immer, weiß ich, für eine Stunde oder so da reinzuspielen, wenn eh alles neu ist. Naja, aber das kommt dann irgendwann auch wieder, aber ist immer noch nach wie vor ganz okay. Und dann hab ich noch ein bisschen eine Stunde in Watch Dogs reingespielt, weil ich mir, ich hatte ja meine Ubisoft Connect Probleme, weil sie irgendwie dachten, weiß nicht, dieser Account, den es seit einer Dekade gibt, mit dem gleichen PayPal-Konto, den es seit einer Dekade da dranhängt. Das erscheint uns komisch, du darfst es jetzt nicht kaufen. Dann hab ich so ein Ticket eröffnet und dann irgendjemand hat irgendwas gemacht und ich hab's einfach nochmal versucht zu kaufen und dann ging's, dann hab ich das Ticket geschlossen, aber eine Rückmeldung hab ich nie bekommen. Also von daher, jetzt hab ich halt Watch Dogs gekauft im Sale und spiel ich nochmal nächste Woche. Also Legion, logischerweise. Ach so, ich dachte, du redest vom ersten tatsächlich. Nee, nee, den ersten, den hatte ich ja gespielt, den fand ich, obwohl er irgendwie so seltsam besprochen wurde, irgendwie ganz nett. Also Aiden Pierce ist natürlich ein, naja, aber ich fand das irgendwie nett, da, ich weiß nicht, durchs Regnerische, ich glaub Seattle war das oder sowas, oder Chicago, Chicago glaube ich, irgendwie da so durchzulaufen und alles war so ein bisschen schwierig und Aiden Pierce, der war halt so, naja. Also ich fand es tatsächlich irgendwie besser als Watch Dogs 2, wo sie alle irgendwie hip waren, das war für mich so ein bisschen wild. Watch Dogs Legion, wie gesagt, kann ich noch nichts zu sagen, ich hab erst eine Stunde durchgeguckt, ob's läuft. Es läuft gut, logischerweise ohne Raytracing, also weil ich hab eine AMD-Karte, jeder ist wahnsinnig, der sich eine AMD-Karte kauft und ein Raytracing probiert, noch zumindest. Und ja, mal gucken, wie es dann so ist. hab ich mir das nächste Woche irgendwie vorgenommen. Ja, da bin ich mal gespannt, was du berichtest, wie es dir gefällt. Das kam mir auch eher sehr gemischt an, hatte ich das Gefühl. Ja, ich hatte, also ich guck mir ja dann immer bei diesen Ubisoft-Sachen an, also Ubisoft hat ja die Angewohnheit, das ist ja billiger als jeder Key-Seller, wenn die irgendwie einen Sale haben, und dann hast du noch irgendwie, weiß nicht, Legend 22, so als Code eingegeben und dann kostet das irgendwie, weiß nicht, zehn Euro weniger als bei jedem Key-Seller. Und ich guck mir dann immer die DLC-Besprechungen an erst mal. Und bei Far Cry 6 waren es ja nur so Billow-Sachen, irgendwie so Heißko-Jagd und irgendwas Komisches. Und die, ich glaub, zwei DLC bei Watch Dogs, die wurden tatsächlich ziemlich gut besprochen und mit dem Wort, ne, also auf jeden Fall besser, das ist das Hauptspiel und so weiter. Und daran entscheidet sich, oder entscheide ich mich halt, ob ich mir halt die Gold-Version mit dem DLC kaufe oder halt die normale Version. Im Fall von Watch Dogs ist es jetzt die Gold-Version geworden, inklusive DLC, weil die halt irgendwie so verhältnismäßig gut besprochen wurden. Mhm. Okay. Gut. Nino, wie sieht's bei dir aus, was hast du so gespielt? Eine hervorragende Woche in EFT, vor allem auf den Testsäuren. Es passieren Dinge. Dazu darf ich aber nichts sagen. Ansonsten komme ich in die Testserver-Helder. Ähm, War wirklich gut. Ich hatte auch noch zwei wunderschöne Abende mit der Elster. Das war, war sehr angenehm. Grundsätzliche Bewertung letzte Woche 1,38. Ähm, was unglaublich schlecht war, war, ich hab Far Cry 6 durchgespielt. Abgesehen davon, dass ich wahnsinnige Probleme hab, mich mit meinem normalen Co-Op-Partner zu verbinden. Also das heißt, wahnsinnige Probleme. Es ging einmal und dann nie wieder. Grundunbekannt. Ähm, es ist einfach ein, ein, ein Kack-Spiel mit einem Kack-Ende. Das hat mich, hat mich, hat mich sehr geärgert. Ähm, ja, ich bin nicht mal, bin nicht mal Far Cry typisch tausendmal entführt worden. Das fand ich auch traurig. Ansonsten war es halt einfach ein mittelmäßiges, mittelmäßiges Spiel. Also maximal mittelmäßig. Ja, also du hast jetzt gesagt, Kack-Spiel mit Kack-Ende. Ich meine, Kack-Ende kann man verstehen, dass dir die Story nicht passt, aber was meinst du jetzt mit Kack-Spiel ebenfalls Story oder worauf beziehst du dich da? Das heißt, die Story ist nun, ja, nicht, nicht, nicht viel anders als bei allen anderen, bis auf, dass du jetzt halt, ähm, ein bisschen Revolution spielst. Das Einzige, was mich tatsächlich begeistert hat im ganzen Spiel, ist, wie Danny Rocher manchmal bei witzigen Liedern im Radio mitsingt. Das war das Schönste und Atmosphärischste in dem ganzen Spiel, um das relativ kurz zu beschreiben. Alles andere war, wie soll ich das erklären? Ich meine, die Story ist halt, du befreist halt eine Insel. Das ist schön. Und wie du es machst, ist halt völlig egal. Also du kannst relativ schnell durch die Hauptstory durch sein, egal auf welchem Schwierigkeitsgrad du da spielst, die Charaktere sind flach und lächerlich. Viele Charaktere siehst du zweimal, dann sind sie entweder tot und das, was du vielleicht als eine tragische Wendung der Geschichte siehst, die innerhalb des Spiels passiert, ist eher so, naja, war halt erwartbar. Menschen sterben in Revolutionen. Wer hätte es erwartet? Danke, Far Cry Autoren. Hm. Okay. Ja, klingt ja gar nicht mal so toll. Na gut. Dann, äh, würde ich sagen, ach so, wolltet ihr auch noch die Hörerfrage, äh, die Frage von Martin beantworten? Sorry, ich hab die jetzt gerade gar nicht rausgeschrieben. Du hast reingeschrieben, dass wir sie beantworten. Hm, ne, das steht da schon drin. Ich bin unschuldig. Äh, finde ich die jetzt schnell? Ne, ich glaube, die schenken wir uns. Ich finde jetzt nicht auch an, sorry. Ähm, dann, kommen wir zum, äh, nächsten Thema. Und zwar geht es um das, äh, Steam Deck. da wurde jetzt mittlerweile, ja, sind jetzt Ersatzteile verfügbar und Reparaturanleitungen. Valve hat ja schon vorher bekannt gegeben, dass die mit iFixit.com zusammenarbeiten werden. Und, äh, ja, das ist jetzt eben, wie gesagt, passiert. Die sind auf der Seite, sind jetzt, äh, 26 Anleitungen schon verfügbar. Äh, die sind auch quasi offiziell dann sozusagen, sind da von Autoren der Seite geschrieben von iFixit. Und, äh, das sind dann alle möglichen Sachen. Also, wie tauscht man das Display aus? Wie setzt man eine andere, äh, Speichergröße ein? Wie tauscht man irgendwelche Sticks oder so? Also, es ist relativ viel auf jeden Fall zur Verfügung, äh, was einem da erklärt wird. Das ist ziemlich cool. Und es scheint auch so zu sein, äh, dass User selbst Guides erstellen können und die da hochladen können. Ähm, das ist bisher nicht geschehen, soweit ich das gesehen habe. Also, ich habe nur so stichprobenmäßig durchgeklickt und die waren dann alle von einem Autor geschrieben, da von der Seite. Äh, manchmal mit irgendwelchen Co-Autoren noch, aber ich glaube, es war noch nichts Usermäßig erstelltes da. Ähm, das Ganze ist aber auf jeden Fall ganz nett aufgebaut und, äh, erklärt. Also, es wird immer so ein Schwierigkeitsgrad angegeben. Äh, also, ob das eher für Anfänger ist oder was komplizierteres, diese Reparaturarbeit. Äh, dabei steht auch immer, was das Ganze so an Zeit kostet und was vielleicht noch, äh, andere spezielle Sachen sind, die erwähnt werden. Also, das ist, äh, ziemlich cool gemacht auf jeden Fall. Und man sieht auch eine Liste der benötigten Werkzeuge für die jeweiligen Arbeiten. das ist, äh, alles, äh, ziemlich nett und übersichtlich gemacht. Gefällt mir sehr gut auf jeden Fall. Und, äh, zusätzlich gibt es noch ein paar Teardowns, also, wo man dann, wo sich mal anschauen kann, wie die Dinge auseinandergebaut werden. Und es gibt auch so eine, ja, so eine Art Supportforum, wo dann User eben ihre Fragen stellen können, die dann beantwortet werden, beantwortet werden von anderen, äh, Usern oder den Mitarbeitern da. Und, äh, zusätzlich ist es natürlich auch so, dass sie selbst die Ersatzteile auch anbieten dort. Äh, da hab ich ihn so ein bisschen durchgeklickt. Aber, das ist auf jeden Fall eine ganz gute Geschichte. Gerade heutzutage, wenn man sowas mitkriegt, wie, keine Ahnung, wie Apple dagegen kämpft, dass man, äh, seine Sachen reparieren lassen kann, oder selbst repariert. Und, äh, da finde ich den Weg, den Welfel geht, auf jeden Fall sehr cool. Ja, das, äh, ist eigentlich so die Zusammenfassung, was ich mir so rausgesucht hab. Äh, habt ihr da was hinzuzufügen? Sätzlich ist es so, dass iFixit ja dafür bekannt ist, das Besondere ist hier halt die Zusammenarbeit mit WIFE. Also, dass das, ähm, aktiv vom Hersteller getrieben ist, das ist halt relativ selten, beziehungsweise passiert Gen, Gen Null. Und das ist das, was, äh, wirklich, wirklich das Interessante ist. Ähm, iFixit ist ein, ist ein Vorreiter, vor allen Dingen in den USA, was das, ähm, Ride to Repair Movement angeht. Ähm, die haben auch nicht nur Teardowns und, ähm, ja, Reparaturanleitungen für das Steam Deck, sondern wir haben so, ich glaub, 83.000 Anleitungen sind's mittlerweile, die da drauf sind, vom, vom iPhone bis zum, bis zum Mac, hast du da, hast du da alles drauf, egal was. Ähm, Das ist schon, schon sehr interessant. Also wirklich, wirklich, ähm, gut ist da halt, dass du die Zusammenarbeit mit dem Hersteller hast, ähm, mit, mit Valve in diesem Fall und dass du, dass das schnell und auf einen Schlag kam. Ich meine, alle, alle Geräte sind logischerweise, die verkauft wurden, noch in der Garantie, deswegen weiß ich nicht, ob ich das unbedingt gleich machen würde, aber, ähm, ja, ansonsten ist es, ist es einfach eine gute Sache. Ich meine, wir, Jan und ich, das hört ihr immer wieder, wir verwenden unser Zeug eh so lange, bis es, bis es nicht mehr brauchbar oder nicht mehr verwendbar ist und, äh, wechseln auch, ähm, Hardware in Systemen nach unten durch. Ähm, also ich denke, ich denke auch, auch für uns, ich meine, ich habe jetzt kein Steam Deck, aber ist auf jeden Fall interessant und gut, dass das passiert. Ja, genau. Absolut. Ja, also ist auf jeden Fall besser, als weiß ich, äh, ich habe ja gerade schon ein Vorgespräch gesagt, ich weiß nicht, aus dem Notebook von 2017 oder so, wenn da was kaputt ist, ist es halt kaputt. Oder, äh, das letzte Bürosystem, da war halt, das war so ein Lenovo-Ding, so ein, äh, so ein, äh, thin Client halt. also jetzt nicht der ganz kleine, sondern, ich sag mal so, so ein Schuhkastengröße irgendwie und da war halt ein, äh, HDMI-Port kaputt und der geht normalerweise nie kaputt, aber wenn er kaputt geht, hast du halt ein Problem und das hat mich ja dazu dann bewogen, dann quasi einen richtigen PC zu bauen, das war dankbar, weil es noch vor der Grafikkartenkrise, aber es ist immer nett, wenn du halt Sachen austauschen kannst, damit du den Kram halt nicht irgendwie in Gänze wegwerfen musst. Und, ähm, bei dieser affixit-Seite, da wird sich wahrscheinlich auch noch irgendwie, weiß ich so, ich hab mal irgendwie so ein bisschen geguckt, so, viel gibt's noch nicht tatsächlich kaufbar, aber ist ja für die meisten noch nicht so das Problem, wie Nino schon sagte, wegen der Garantiezeit, aber wenn das tatsächlich mal dann so ein bisschen anläuft oder so, dann kann man sich zumindest mal, so weiß ich, linke Trigger, rechte Trigger und so weiter holen, oder auch irgendwie das Display austauschen, wenn es einem Jahr irgendwie, weiß ich, runtergefallen ist und einen Sprung oder so hat. Und, äh, da muss man das Gerät für, weiß ich, 4 bis 600 Euro halt nicht wegwerfen, sondern kann sich halt für, weiß ich nicht, 70 bis 100 Euro, je nachdem, welches Display man hat, äh, dann quasi da einfach da was ordern und dann halt, äh, sich an die Reparatur machen. Die, das mag jetzt, äh, viele überfordern, was auch die Schwierigkeit teilweise angeht, also gerade weil das Display, weil das dann auch damit verbunden ist, irgendwie mit, ähm, ja, ja, Kleberlösung und bla bla. Also es ist zumindest, äh, grundsätzlich möglich und, äh, die Anleitung hilft da so ein bisschen. Also die, äh, schreiben ja auch, wie schwierig diese einzelnen, die Dinger dann sind, ob man sich das zutraut, ob man sich ja vielleicht nicht, doch lieber extern Hilfe holt. Aber zumindest mal hast du kein Problem, äh, an Ersatzteile zu kommen und das ist eigentlich so das, äh, Ja, genau. Und, äh, ja, auch, dass es so ein bisschen als offene Plattform genutzt werden kann, dass andere, ja, dass es entsprechend noch erweitert werden kann, so, das ist ja auch ziemlich cool, dass da theoretisch auch noch weitere Guides kommen können. Also es ist sehr gut, ja. Ja, ich meine, iFixit macht es halt mit ihrer Toolbase nicht aus, äh, nicht aus uneigennützigen Gründen. Also ich meine, am Ende ist es ein Hersteller von Feinwerkzeug und die erschaffen sich halt damit das Environment, dass du ihr Feinwerkzeug benutzt. Ähm, also ganz uneigennützig ist es jetzt nicht. Ich dachte, wir hätten es mit einer Bande Idealisten zu tun, die die Welt verbessern wollen. Ja, okay. Ja, teils, teils, aber du siehst es ja schon an der Preisgestaltung. Ich weiß nicht, wie intensiv du da durchgegangen bist, aber, äh, weiß ich, das, äh, das große Ersatzdisplay mit Laser-Edged und bla bla, das kostet irgendwie, weiß ich, 99 Euro mit dem Werkzeug und 95 Euro ohne. Das ist so diese Kategorie, die wird halt nahegelegt, das mitzubestellen. Ah, okay. Ja, gut, ja, soviel erstmal dazu und dann, äh, würde ich sagen, kommen wir noch zu den anderen Themen. Jan, was hast du noch für uns? Ja, ich darf, äh, die frohe Kunde verbreiten, dass die Firma MSI, ich habe ein B für Füße, 50 Mal ab Ort, äh, ich alter Sparfuchs, äh, für meinen, weiß ich, 3700X und hab, äh, dann letztens mal nachgeguckt und gesehen, am 24. Mai ist das passiert, äh, der Herrgott ist zu uns niedergegangen und hat uns die Ageser-Version 2, äh, 1, 2, 0, 7 gegeben und die soll tatsächlich diesen FTPM Windows 11, äh, ich denke mal, eine Sekunde über mein Leben nachfix irgendwie für alle bringen. Das ist das letzte Hurra. Ähm, äh, also das, äh, ist die letzte Ageser-Version, beziehungsweise Bios-Version, äh, die dann quasi für alle Boards bis runter zu den 300er-Sachen quasi jetzt einmal quasi nochmal das finale Update bekommen, damit sich die Leute, die so ein altes Board haben, irgendwie die neuesten 5000er, äh, also aktuell neuesten 5000er-Prozessoren da reinballern können und mit ein bisschen Bugfix-Gedöns noch dabei. Aber das ist, wie gesagt, nett, dass es das gibt. Äh, es hätte ja auch anders sein können, nämlich, dass quasi einfach die Hersteller sagen und, äh, weiß nicht, die Firma AMD ja so, nee, geht weg, bitte. Aber das ist nett, dass es zumindest mal so einmal, äh, wurde noch quasi was nachgeliefert, damit der Upgrade-Path noch einmal für AM4 stimmt. Und das ist jetzt quasi so die, ich sag mal, Finale. Die wird natürlich nie als Stable irgendwas released, sondern immer nur als ewige Beta, also im MSI-Fall zumindest. Ich glaube, die anderen Hersteller machen das auch nicht anders, aber, äh, ja, das ist quasi das, äh, das letzte Hurra der Ageser-Firmware und BIOS-Updates, die man halt so bekommt. Ja. Mhm. Ich weiß nicht, ob Nino jetzt machen, äh, weiter machen würde, ansonsten hätte ich jetzt nur noch den Satz irgendwie gesagt, ich hab ja das, äh, das, äh, also als, äh, also als, äh, Bildschirm nutze ich ja so einen LG-Fernseher, in dem Fall das CX-48-Zoll-Modell. Und, ähm, die Firma LG bringt jetzt tatsächlich einen Monitor raus, also so richtig mit Displayport und allem. Das ist ganz verrückt, äh, dass die da auf die Idee gekommen sind, das einfach so das Panel zu nehmen und dann einfach einen Monitor drumrum zu bauen. Ähm, der Ständer, der erscheint mir etwas wackelig, bezogen auf die 48 Zoll. Aber ich weiß noch nicht. Ich teste noch nicht raus und das ist aktuell noch eine Presseankündigung. Fand ich aber nur drollig, die Firma, äh, weiß ich, LG nach zwei Jahren oder so mal auf die Idee kommt, ey, wir machen einfach das Panel und machen dann Displayport-Anschluss dran. Vielleicht sind dann auch mehr Leute glücklich oder so. Und, äh, dann gibt's dann noch das, äh, das QD-Panel, äh, hier hat das Samsung-OLED-Geterans, das ist eine andere OLED-Technik. Wird ein bisschen heller, hat ein anderes, äh, super Pixel-Layout, was dann ein bisschen bei, äh, Text im Grunde genauso beschissen ist, wie das, äh, LG-OLED-Panel. Also für einen Büro-Einsatz, für einen Reihen ist es jetzt nichts, äh, von Wernert mal ganz abgesehen. Aber, äh, da kam ja der Alienware, also das Ultra-Wide-Geterans kam raus und jetzt, äh, nehmen halt an alle anderen Hersteller im Wesentlichen, die Monitore produzieren, ähm, quasi das Panel und bauen das jetzt halt auch ein. Also, weiß ich, das letzte, wo eine Ankündigung war, zu Computex, war halt MSI, die halt gesagt haben, hey, das Panel, wir machen das auch hier OLED, huhu, und da werden wahrscheinlich jetzt auch noch Gigabyte und alle anderen möglichen auch noch irgendwie Folgen und das Panel verbauen, ja. Mhm. Gut. Ja, und weil wir gerade beim Monitoren sind, sage ich auch noch dazu, dass das, äh, das ist das einzige Interessante, was, äh, auf der Computex von, ähm, NVIDIA vorgestellt wurde, ihr 500 Hertz Gaming Monitor, ist, den meiner persönlichen, rein subjektiven Meinung nach, kein Mensch benötigt. Ähm, 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 seine TDP-Angaben für den Socket-Arm 5, der, ja, ja, mit der 7.000er, Risen-Generation kommen wird, ähm, ähm, ein bisschen korrigiert, ähm, ein bisschen, also nicht wirklich zurückgerudert, ähm, aber trotzdem sehen wir dort ein TDP von 170 Watt und, äh, 230 Watt im Peak-Power, was 65 Watt sind, mehr als, ähm, aktuell und das ist, ähm, mehr als interessant. Die begründen das damit, dass sie, äh, bei High-Core-Count, ähm, CPUs eine längere und saubere Last haben wollen. Wir werden also, ich sag mal, ein bisschen mehr, ähm, stromhungrige Systeme sehen. 170 Watt sind schon, sind schon, sind schon ordentlich. Ja, also, dass es, ähm, im Gegensatz zur aktuellen Generation hier doch ein bisschen effizienter ist, ist das ein ordentliches Wort. Ähm, ja, und ansonsten gab's nur noch, ähm, von FISEN einen neuen Controller, mit einer M2 2580, ähm, PCI Express 5.0-Karte, und zwar unglaubliche 12 Gigabits, Per-Second-Reads, und das ist ordentlich für, selbst für PCI, PCI Express 5.0, die ja mit den nächsten Generationen, äh, bei beiden, äh, Chip-Herstellern kommen wird. Ähm, zusätzlich, gehen wir noch mal ganz kurz zurück zu AMD, gab ja riesige Rumors, ähm, dass der X670-Chipsatz zwei, ähm, Chips haben wird, also IO-Chips, ähm, und das ist tatsächlich so, und, äh, alle, die sich im ersten Moment an, äh, uralte North-South-Bridge-Konfigurationen erinnert gefühlt haben, musste man leider enttäuschen, diese beiden Chips funktionieren als einer. Was ich noch nicht ganz verstehe, vielleicht hast du da ein bisschen mehr reingeguckt, Jan, aber es geht bloß hauptsächlich darum, dass die beiden interkommunizieren, und sicherstellen, dass sie wie einer funktionieren, aber näher an den jeweiligen Bauteilen sind. Außerdem wird der X670, ähm, Chipsatz 24 plus 4, PCI-Express-Lanes haben, was noch mal ein bisschen mehr ist als aktuell. Vier allerdings, ähm, festgesetzt für, ähm, den Chipsatz. Die restlichen 24 sind, ähm, ähm, aufteilbar. Das ist, ähm, ordentlich. Ja. Ja, so richtig mehr nicht, weil viel weiß man auch noch nicht. Also das Einzige, was so herumgeist, das sind eigentlich nur irgendwelche, weiß ich, Fotos von, äh, der Rückseite vom Platin, wo man halt sieht, okay, es sind halt zwei Chips. Äh, dann gibt's halt Hersteller, die, also, das ist halt primär wegen, äh, besseres Signal, war halt, äh, mit jeder PCI-Express-Generation, äh, steigt halt die Anforderung ans PCB, was so, äh, äh, was ich, Signalqualität angeht. Und, äh, dann kannst du halt jetzt nicht irgendwie, weiß ich, die Lane irgendwie einmal ums Board irgendwie bauen, sondern musst halt irgendwie näher ran. Und das hilft halt dann, wenn man halt zwei Anstiegspunkte hat und nicht nur einen, der irgendwo, weiß ich, unten rechts am Board versauert, wenn du halt irgendwo, äh, halt nah an so einem Slot halt so deine, deine Lanes irgendwie hinführen möchtest. So. Ja, aber nichtsdestotrotz, aber nichtsdestotrotz hast du dann trotzdem zwei Chips, die miteinander kommunizieren müssen. Du musst ja das auch irgendwie überbrücken. Ja, ja. Das System verstehe ich noch nicht, nicht so ganz. Ja, ja, das ist auch noch nicht so wirklich zu verstehen, weil halt man auch noch nichts weiß, außer so ein paar Fotos. Also es gibt halt, ich weiß jetzt nicht, welcher Hersteller das war, ähm, einer hat's, glaube ich, irgendwie so, ich sag mal so, naja, so zehn Zentimeter weit. Und, ähm, dann noch so ein bisschen, also, weiß ich, weiß ich, quasi so, also einer links, einer rechts. Und einer hat es aber so mehrweiger unmotiviert unten rechts übereinander gelegt. die, also die waren irgendwie, weiß ich, vier Zentimeter voneinander entfernt. Da hab ich mir auch so überlegt, sag ich, okay, wo ist denn da ist der Benefit? Also das ist was für die Zukunft, was man dann irgendwie besprechen muss. Ähm, oder was, was man halt sieht, äh, wie es dann tatsächlich funktioniert irgendwie. Bisher weiß man eigentlich nur, okay, es sind halt zwei Chips, die arbeiten zusammen. Mal gucken. Ähm, bezogen auf diese Power-Geschichte, also von dem Stromverbrauch und TDP, also wenn du, ähm, also, weiß ich nicht, ein 3700X, den ich habe, der wird ja angegeben mit 65 Watt TDP, was ja so eine kühler Design-Geschichte ist. Und, äh, wenn man tatsächlich irgendwie, weiß ich nicht, ein Cinebench oder so startet, dann verbraucht er halt 88 Watt. Also du kannst immer so 30 Prozent irgendwie draufrechnen. Ähm, also grob. Und, weiß ich nicht, ein 105 TDP-Chip, der verbraucht halt irgendwie 142 Watt oder irgendwie sowas. Und diese 170 sind dann quasi auch dieser Basiswert. Da rechnest du nochmal drauf, dann kommst du auf diese 230. Und, äh, ich habe das dann so verstanden, beziehungsweise ist dieser Marketing, äh, technische Marketing-Typ Robert Hallock, oder wie auch immer der läuft, äh, heißt dann irgendwie rumgelaufen bei, weiß ich, äh, Toms Hardware oder wem auch immer. Äh, und hat da quasi noch so ein bisschen, äh, äh, so, äh, da so ein bisschen aufgeräumt, die Präsentation. Und, äh, soweit ich das verstanden habe, ist das primär deswegen so, weil die im Multicore-Betrieb tatsächlich dann nicht mehr ganz so hart droppen vom Takt her. Und wenn du natürlich dann irgendwie, weiß ich, 16 Kerne mit, äh, weiß ich nicht, 4,8 aufwärts oder so fährst, dann hast du halt größeren Stromverbrauch. Das mag dann nicht mehr so effizient sein, wie wenn du die so hart droppen lässt, aber zumindest hast du dann irgendwie so dein Work-Task irgendwie, also deine, deine Arbeitslast irgendwie schneller beendet. Und, ähm, ja, dann hat er jetzt so ein bisschen aufgeräumt und auch so gesagt irgendwie, ja, äh, das, was wir gezeigt haben im Spielebetrieb, das ist dann auch weiter davon entfernt, das ist irgendwo zwischen, weiß ich nicht, 105 und 170 irgendwie in dieser Kategorie und die wissen es einfach noch nicht so richtig, wo sie dann irgendwie landen. Also das war eigentlich auch so das Kaveiat an dieser Präsentation, die kam irgendwie Montag raus, haben sie irgendwie gesagt, ja, 15 Prozent ist es mehr irgendwie Single Thread und irgendwie, ja, wir schlagen dann irgendwie Multithread und irgendwie so und so viel und sind in diesem Mischbetrieb aber besonders effizient, also das heißt, wenn es irgendwo dazwischen ist, also nicht irgendwie Full Burst Multithread und auch nicht Single Thread, sondern halt irgendwo dazwischen und dann, äh, funktioniert unsere Mechanik halt so, dass es halt ziemlich effizient ist trotz halt irgendwelchen größeren Limits und das war dann irgendwie so drollig zu sehen, wie so die Tech-Landschaft über, weiß ich, drei Tage oder so dann immer wieder dann geguckt hat, okay, was hat denn AMD jetzt noch gesagt? Ach so, die haben das so klar, die haben das irgendwie klargestellt und das dann nochmal geändert und das nochmal irgendwie nachgeschoben oder so. Also die Präsentation, da haben sie sich ein bisschen wenig mitten gefallen getan, weil die halt, ja, so ein bisschen arg, also im Englischen nennt man das Sandbagging, also sprich dann gesagt haben, ja, wir wissen es nicht so genau, also es wird schon schnell, aber jetzt auch nicht, wir wollen auch nicht so viel versprechen und das war so ein bisschen seltsam, die Woche dann anzuschauen, wie so diese Tech-Outlets dann immer so pingpongmäßig hin und her gesprungen sind, je nachdem, was gerade wieder State of the Art war, was den Kenntnisstand angeht. Wann darf man denn da was erwarten? Also wann soll das Ding dann Testern zur Verfügung stehen oder released werden? Wenn AMD das wünscht. Ja, Herbst, aktuell. Aktuell ist immer die Rede von Fall, was im Normalfall mit Q3 übersetzt wird, aber wann das genau sein wird, weiß noch keiner. Okay, gut. Ja, aber wenn es dann soweit ist, dann werden wir hoffentlich nochmal drüber sprechen, über Sinn oder Unsinn, je nachdem, wie es dann ausfällt. Ja, logisch, also bis dahin wird es auch noch ein bisschen, ein paar Klarstellungen geben und ein paar Leaks und Performance-Zahlen und bla bla, das ist alles ziemlich früh. Die haben sich im Grunde nur hingestellt und gesagt, ja, da kommt was. Wird auch nicht ganz scheiße. Vielleicht, wissen wir aber noch nicht. Ja, das war die exakte Aussage. Ja, das war es von meiner Seite. So. Ja. Nino, hast du sonst was auf der Liste oder sollen wir noch kurz die? Ich bin komplett durch. Gut. Einer von euch beiden hatte mir gerade netterweise noch die Frage von Martin markiert im Doc. Deswegen können wir die jetzt auch noch kurz machen. Und zwar deswegen an dich erstmal die Frage, Jan, in welchem Spiel warst du bisher am besten? Also zum Beispiel bezogen auf Skill, E-Sport, Spielzeit, Wissen. Ich kann mich, also ich 15 war, an einen Headshot in Half-Life erinnern, der war ziemlich gut und ich glaube, seitdem baut es ab. Okay. Wie sieht es aus bei dir, Nino? Hast du irgendein Spiel, wo du sagst, okay. Ich war in den Early Access Days von PUBG ein Gott. Mit Early Access Days meine ich alles, was war, bevor die Waffen angefangen haben, auf dem Boden zu leuchten. Also Dinge, an die sich der aktuelle Jugendliche, der noch PUBG spielt, nicht mehr erinnern kann. Da war ich so auf dem maximalen Peak meiner Leistungsfähigkeit. Aber es hat auch davor schon abgebaut. PUBG war halt nur sehr spartenreich, zumindest am Anfang. Hm, ja. Also, ich kenne ja deine PUBG-Spielzeit jetzt nicht aus dem Kopf, aber meinst du nicht, dass mittlerweile Tarkov dein Steckenpferd ist und das quasi dein... Ja, aber Tarkov, in Tarkov bin ich nur gut, weil ich in der Lage bin, mir so viel Geld, also Rubel, ranzuschaffen, um sicherzustellen, dass ich die Superior Ausrüstung habe. Das ist der einzige Grund und weiß, wie ich meinen Charakter leveln muss, um sicherzustellen, dass ich Kacknoops wegmachen kann. Das ist der einzige Grund, warum ich dort tatsächlich gut bin. Ein 16-Jähriger mit der gleichen Ausrüstung macht auch dich und mich noch mit einem Lächeln weg, während er noch 30 Scavs nebenbei erledigt. Ja gut, das kann sehr gut sein, ja. Okay, und dann die zweite Frage an dich dann. Wenn eine Fee dir einen Wunsch gewähren würde in Bezug auf Gaming, welcher wäre das? Ähm. Hm. Ja gut, schnellere Artware, das kommt ja irgendwann, äh, ohne dass man was dafür tut. Ähm. Ich sinniere kurz. Ähm. Sogar Playstation oder so bringt irgendwie die Spiele auf PC, das wäre halt irgendwie so auch was. bezogen auf das Gaming tatsächlich, mega wunschlos glücklich. Also ich habe einen großen Pile of Opportunity und arbeite ihn ab. Ich wüsste jetzt nicht, was mir fehlt. Ich habe ja nicht dieses Problem, wie so andere auf dem Discord, dass die irgendwie, weiß ich nicht, nichts mehr richtig kickt oder so. Ich bin ja wahllos in meinem, in meinem Spielekonsum. Ich freue mich ja an allem in gewissem Maße. Wahllos und leider zum Teil auch anspruchslos, ja. Ja. Da gibt es nicht zum Beispiel Spielereihe XY, die du damals geliebt hast und die nicht mehr fortgeführt wurde, wo du sagst, oh man, ich hätte so gerne wieder ein neues. Nee, ich habe tatsächlich gar nicht dieses Nostalgie-Problem. Ich finde eigentlich alles alte, also ich habe es damals gespielt, aber wenn ich jetzt reingucke, denke ich mir halt, boah, was für eine alte Scheiße. Das Einzige, was ich mir irgendwie, weiß ich, Jahre später noch mal gespielt habe, das war das Schwarze Auge Sternenschweifer. Da bräuchte ich jetzt auch keinen neuen Teil für oder so, weil das war jetzt auch nicht so das Überspiel. Da habe ich halt gute Erinnerungen dran, weil ich das halt als Kind gespielt habe. Ich kann es halt auswendig, deswegen komme ich da auch einigermaßen gut durch, also ich es mal vor zehn Jahren auch mal wiederholt habe, aber es ist jetzt nicht so, dass ich denke, boah, neue Schwarze Auge spielen, huiuiuiui. Nee, tatsächlich, mehr oder gar nicht. Ein zufriedener Mann. Okay. Entschuldigung. Wie sieht es aus bei dir, Nino? Was wäre dein Wunsch, den die Vita wären? Ich will ein Unreal Engine Gothic 3, das dynamisch spielbar ist mit 300 Stunden Spielzeit. Das wünsche ich mir. Ah ja, okay. Das wäre nicht verkehrt. Dann würde ich vielleicht auch mal Gothic spielen, wenn jetzt ein neues kommen würde. Dann könnte man sich das mal anschauen. Naja, vielleicht geht der Mönch ja noch in Erfüllung. Mal gucken. Ich glaube nicht. Ja, alles klar. Dann würde ich sagen, sind wir doch durch für diese Woche mit dem Hardware-Teil. Danke, dass ihr labert, Jungs. Und dann sprechen wir uns nächste Woche wieder. Macht's gut. Tschüssi. reingehauen. Und damit gehen wir über zu den Short News. Da gab es einige Sachen und zwar zum einen Der Herr der Ringe Gollum, das Spiel, was bei Didale, glaube ich, in Entwicklung ist oder gepublished wird. Das wurde jetzt bekannt gegeben, dass das am 1. September 2022 erscheint und da bin ich mal sehr gespannt drauf, ob dann unsere Umrufe stimmen oder ob es vielleicht ein guter Erfolg wird. Außerdem wurde bekannt, dass Raven Software, speziell gesagt die Quality Assurance Abteilung, jetzt eine Gewerkschaft gründen möchte. Also das haben sie jetzt schon beschlossen, abgestimmt darüber. Und die sind ja Teil von Activision Blizzard, soweit ich weiß. Und tatsächlich werden sie eben die Game Workers Alliance bilden und damit so die erste Gewerkschaft eines größeren Publishers in Amerika haben. Sehr gut. Also genau, das könnte tatsächlich was auslösen. Muss man mal gucken, wie gut das funktioniert. Also es ist eine gute Sache. Activision Blizzard hat ja mehr oder weniger subtil versucht, das Ganze zu unterbinden, aber ja, haben sie dann nicht hingefischt. Ja, finde ich super. Das ist die einzige Art und Weise, wie man diesen ganzen Problemen mit Crunch und Arbeiter, also dass die Leute hier immer wieder von Problemen berichten auch am Arbeitsplatz und mit Sexual Gedöns und was weiß ich nicht alles, Harassment und so. Ist, glaube ich, die einzige Möglichkeit, dem langfristig beizukommen, sind Gewerkschaften. Völlig aus. Und außerdem gab es eine Meldung bezüglich Marvel, dass ein MMO, das vor sechs Monaten angekündigt wurde, jetzt bereits eingestellt wurde, die Entwicklung. Begründung ist sehr schön, die kann ich mir vorlesen, weil die klang wirklich so Corporate-mäßig. Based on the re-evaluation of the development risk profile, size of investment in the long-term product portfolio strategy for the group, the board has decided to change the development priorities and reallocate resources within the group to focus on alternative long-term projects. Holy shit. Das ist aus irgendeinem Investor-Meeting, oder? Ja, genau, das ist von der Gruppe da, die das Ganze gemacht hat. Ja, das ist so richtiges Bullshit-Bingo, da sind alle Buzzwörter drin irgendwie gefühlt und ja, halt am Ende auch, wie gesagt, da darf man so die Feststellung, ja, wir suchen uns andere long-term projects, also andere Cash-Cows sozusagen. Ja, klingt gar nicht mehr so toll, aber gut. Ja, also, ich wusste nichts davon und mir war es schon egal, bevor ich was davon wusste. Ich weiß nicht, ob wir vorher gesprochen haben. Ja, also ich kann mich auch nicht daran erinnern, dass wir das mal thematisiert hatten. Es hat halt auch noch keinen Namen gehabt, das macht es ein bisschen schwierig, sich so konkret zu erinnern. Okay, dann kommen wir zu den anderen Themen und zwar wurde angekündigt I, the Inquisitor, also ich, der Inquisitor quasi. Das ist ein Spiel, das seit 2019 Entwicklung ist, bei dem polnischen Entwickler The Dust. Die sind ein Entwickler und Publisher und die haben vorher auch schon ein paar kleinere Spiele gemacht, aber was groß ist, glaube ich, nicht so richtig. Ob das jetzt was Großes wird, muss man auch mal sehen, das sieht so AA-mäßig aus. Das Ganze basiert auf dem gleichnamigen polnischen Roman, beziehungsweise der Buchreihe von Autor Jatsel Pikara oder so ähnlich. Und zwar ist es, soll es sein, ein Story-basiertes Dark Fantasy Action Adventure. Das Ganze spielt in Europa gegen Ende des Mittelalters. und ja, die Plotline ist echt ein bisschen strange. Also es ist so, dass Jesus am Kreuz war, aber irgendwie dann nicht gestorben ist, sondern voller Wut herabgestiegen ist und dann die Inquisition leitet irgendwie und gegen Ungläubige vorgeht, anscheinend auch noch im Mittelalter dann. Also das ist ein bisschen weird, aber ja, scheint zumindest keine unbekannte Buchrei zu sein in Polen und ja, der Hauptcharakter ist eben der besagte Inquisitor Mordima Madadin und ja, da ist für mich so ein bisschen unklar noch, ob er jetzt ein treuer Inquisitor ist oder nicht, weil für mich klang das so ein bisschen aus der Beschreibung, also es gibt halt einen Trailer und es gibt halt auch schon die Steam-Seite und auf der Steam-Seite klingt das eher ein bisschen so, als sei die Inquisition, wie man es halt auch kennt, eher nicht so ganz, die mit den noblen Ansichten und die immer alles genau richtig macht und zum Wohle der guten Gesellschaft und von daher würde ich fast davon ausgehen, dass er irgendwie so ein abtrünniger Charakter eher wird oder so, muss man mal gucken. Ja, also hier, also wenn ich auf der Steam-Seite schaue, dann steht hier Action-RPG soll es werden, also schon RPG-Elemente und dann wäre natürlich die Frage, vielleicht kann man sich entscheiden im Spiel. Ob man sozusagen der Inquisition treu bleiben will oder nicht. Wer weiß. Da muss man abwarten und so optisch und dann sagen, wenn man sich einen Trailer anschaut, es ist ja grafisch jetzt nicht der Überbrecher, aber zumindest stimmig und es ist ziemlich entsättigt. Also es ist recht farbbar auf jeden Fall. Erinnert mich ein bisschen an Plague Tale. Geht das auch so? Ja, also diese ganze düstere Mittelalter-Atmosphäre und so, da war es ja nur noch darauf, dass irgendwann ein Rattenschwarm rauskommt. Genau. Ja, und es hat ein paar schöne Designs, ich finde, ich weiß nicht, diese Kathedrale, die man da mal irgendwie sieht, ist ziemlich abgefahren. Also ja, es sind schon ein paar schöne Bilder drin. Ja, die Story ist halt, also klingt halt nach kompletten Humbug, aber okay. Naja, und es ging so ein bisschen halt, also wirklich so, ja, Witcher, Witcher vom B-Team so ein bisschen, oder? genau, ja. Genau, quasi daran orientiert, wie wir das gemacht haben mit dem polnischen Autor, mit der Buchreihe und dann das Ganze umsetzen und es teilweise auch einfach optisch erinnern, erinnerst mich ein bisschen daran, also vom, jetzt nicht unbedingt von der Grafik oder so, aber halt das Design der Charaktere und so, eben diese Kleidung und so gut, das ist wahrscheinlich auch der Mittelalter-Look einfach. Aber ja, es gibt schon gewisse Parallelen auf jeden Fall. Und Fantasy-Elemente sollen ja auch drin sein, auch so wie man den Trailer anschaut und so, also, genau. Es wird nicht so wie, äh, ich dir, äh, Kingdom Come oder sowas. Ja, naja, mal abwarten. Ich weiß, das kam jetzt so ein bisschen und, also so, so aus dem Nichts, ne? Genau, ja, war sehr überraschend auf jeden Fall. Nobody expected the Polish Inquisition. Genau. Und ja, ist ja seit 2019, wie gesagt, eine Entwicklung, also es kann durchaus noch ein bisschen dauern und das heißt auch, dass das Release-Datum oder der Zeitraum noch nicht bekannt ist, wann das Ganze kommen soll. Muss man mal gucken dann. Äh, ja, so viel dazu und es gab noch eine andere Vorstellung, die zumindest, äh, für mich überraschend war, Tobi. Äh, richtig, denn, ähm, also, beziehungsweise, war die so überraschend? Ich meine, also, man wusste ja schon, äh, dass ein Nachfolger zu Star Wars Jedi Fallen Order irgendwie mal passieren wird. Ich glaube, das war schon so mehr oder weniger bekannt und nun wurde er angekündigt mit Trailer und allem drum und dran, passend zur Star Wars Celebration, was auch immer hier jetzt immer wieder Ende Mai ist. Ähm, und das Ganze wird heißen Star Wars Jedi Survivor. Äh, dazu gab es so einen Cinematic Trailer und, jo, es stellt sich raus, äh, man spielt wieder den guten alten Cal Kestis, den man schon im ersten Teil Fallen Order gespielt hat. Ähm, bei uns natürlich, äh, nachhörbar der Review dazu, äh, in der Folge mit dem Namen Krieg mit Sternchen. Dürfte eine der so 98 oder sowas gewesen sein, würde ich mal schätzen, so um den Dreh. Ähm, ja, und, äh, da hat man ja Cal Kestis gespielt, den sozusagen einen der wenigsten überlebenden Jedi fünf Jahre nach Ende, äh, also nachdem das Imperium übernommen hat und der quasi, äh, ja, dann auch gejagt wurde von den Inquisitoren, äh, die da zu dem Zeitpunkt am Start sind, also so Sith, äh, Leute, die irgendwie halt diese letzten Jedis jagen und da musste man, äh, sich mit denen auseinander, oder beziehungsweise mit einer Inquisitorin, glaube ich, hauptsächlich auseinandersetzen und, ähm, äh, war da so unterwegs auf seinem Raumschiff und, ähm, ja, da machen sie jetzt die Fortsetzung. Das Ganze wird wiederentwickelt, äh, von Respawn, äh, Entertainment, wieder unter der, äh, Führung von, wie heißt der Typ, Stick-Artsmussten, Stick-Artsmussten, irgendwie sowas. Stick, ja. Stick, genau. Ähm, was ja sehr gut ist, weil, wie gesagt, die haben ja mit dem ersten Teil wirklich sehr viel richtig gemacht, also der hat mir ja super gefallen und, ähm, ach ja, äh, interessanter Fakt, das Ganze soll jetzt fünf Jahre nach dem ersten Teil spielen, also im Ganzen dann zehn Jahre nach, äh, Revenge of the Sith und, ähm, das bedeutet, äh, es wird zur gleichen Zeit spielen wie die Serie Kenobi, Obi-Wan Kenobi, die gerade angefangen hat, ähm, auf Disney Plus, also die machen ja jetzt eine Serie zu Obi-Wan Kenobi wieder und, ähm, genau, die spielen gleichzeitig und in der Serie geht es ja auch um den Grand Inquisitor, also den Obermod-Star von den Inquisitoren und mit dem muss sich der Obi-Wan irgendwie auseinandersetzen wohl und der, also, der kommt, dieser Grand Inquisitor, der kommt auch hier in dem Trailer, in diesem Cinematic-Trailer schon mal vor und dem sein Gesicht sieht man mal irgendwie, also, ne, ist halt die Frage, ob es da irgendwelche Überschneidungen geben wird, werden wir, werden wir Obi-Wan sehen in dem Spiel, werden wir Calcestus in der Fernsehserie sehen, äh, da ist alles möglich, wobei, das glaube ich jetzt eher nicht, weil das Spiel, äh, kommt erst 2023, das wäre ein bisschen komisch, wenn sie den jetzt einbauen, hier schon ein Jahr früher, ähm, aber ja, äh, da muss man mal abwarten, allzu viele Infos sind, abgesehen davon, noch nicht bekannt, ähm, würdest du dir denn wünschen, dass da Verknüpfungen mit Obi-Wan zum Beispiel stattfinden, oder wär's dir lieber, wenn Star Wars Jedi weiterhin so ein bisschen das eigene Ding macht und nicht wieder in diesen Kanon so extrem eingewoben wird? Äh, also stören wird's mich jetzt nicht, ich werd mir Obi-Wan sicherlich irgendwann mal anschauen, ich weiß, heißt die Serie jetzt Obi-Wan oder heißt die Kenobi, ich weiß es gar nicht, ähm, also halt die Serie da, äh, werd ich mir irgendwann sicherlich anschauen, insofern wüsste, also hätte ich jetzt dann nicht das Problem, dass mir was fehlen würde und solange es gut gemacht ist, wieso nicht? Sie haben ja, also im ersten Teil kamen ja auch teilweise, das waren zwar auch wirklich nur so Cameo-Auftritte, aber da kam hier der, der eine Typ aus Rogue One, hier kam vor, der eine Chef da und so, also das haben sie schon immer mal so gemacht, aber halt nur sehr vorsichtig, also mit sehr kleinen Auftritten und vielleicht, wenn sie sowas wieder machen, äh, wär ja ganz, ganz lustig. Ach ja, und übrigens, äh, Fun Fact, BD-One, also der kleine Roboter, ne, den Kyle Kestes da immer mit dabei hatte, auch im ersten Teil, äh, der kommt in einer Folge von, äh, von der Boba Fett Serie vom letzten Jahr vor. Ähm, da springt der mal rum oder zumindest das gleiche Modell, ich weiß nicht, ob es er selber ist, aber, äh, der ist da mal zu sehen und macht auch irgendwas mit seinem hologram, holographischen Emitter, was genauso ist wie im Spiel, das ist eigentlich ganz witzig. Ähm, also ja, ich finde es schon ganz, ganz lustig, wenn man sich da so ein bisschen verknüpft. Und, ähm, ja, aber wie gesagt, also da muss man abwarten, so zur Story oder so weiß man wirklich noch relativ wenig. Ähm, im Cinematic-Trailer sieht man, dass der Kyle Kestes da irgendwie in so einer Ruine rumsteht und irgendwie so einen alten Bagda-Tank findet, also diese Heilflüssigkeiten Star Wars. und da ist eine Frau drin, so eine langhaarige Frau, die da irgendwie aufwacht und die, mir ist noch aufgefallen, die in dem Trailer, also man sieht nicht genau, wer das ist in dem Trailer, aber sie hat so, ich glaube, sie hat so ganz weiß-blonde Haare und da gab's auch eine im ersten Teil, ähm, die auch so, so weiße Haare hatte. Die war mal eine Zeit lang dann mit ihr unterwegs im ersten Teil. Das war so eine, ich weiß nicht, so eine bekehrte, dunkle Jedi. Ehrlich gesagt, das ist schon wieder so lange her, ich weiß es auch nicht mehr genau, wie es war. Will auch nicht spoilern. Ich schaue den Trailer gerade. Das ist doch ein Mann, oder? Weil da ist doch eine, ist das ein Mann? großzusehen, ja. Oh. Oh ja, passt recht. Okay, vergiss, der sieht ja fast aus wie Thor von, von Marvel hier. Es ist Thor, oh shit. Es ist Thor aus Marvel. Oh Gott, das gehört ja jetzt alles Disney, die können Crossover machen. Ähm, naja, okay, naja gut, dann ist meine Theorie natürlich falsch. Ich dachte, das ist für eine Frau. Naja, ja, also man weiß nicht, wer das ist in diesem Part. Danke. Ähm, und insofern, die Informationslage ist noch sehr dünn. Aber, äh, ja, mal abwarten, 2023. Ich freue mich drauf. Ich werde dann wahrscheinlich den ersten Teil nochmal durchspielen vorher. Und dann, ja, werde ich mir das sicherlich zu Gemüte führen, denke ich. Ja, genau, dann sprechen wir bestimmt darüber, wenn es soweit ist. Okay, dann gibt es noch einen weiteren Themenblock, den wir haben. Und zwar geht es um Sony. Da wurden, da gab es ein Investor Briefing. Und, äh, im Rahmen dessen und auch drumherum wurden einige Infos bekannt. äh, äh, zum einen wurden ein paar Serien angekündigt. Äh, es wird eine Serie zu Horizon geben, äh, für Netflix. Es wird tatsächlich jetzt die schon länger diskutierte God of War Serie geben bei Amazon. und außerdem soll eine Gran Turismo Show kommen. äh, Show wurde nur genannt in dem Artikel. Deswegen weiß ich nicht genau, ob das eine Serie sein soll oder vielleicht irgendwas ganz anderes. denn Gran Turismo ist ja jetzt eigentlich nichts, was mit Charakteren oder so auffahren kann, großartig. Und das soll tatsächlich eine TV-Show werden. Mhm. Also es könnte theoretisch auch sowas sein wie, äh, Grand Tour oder so. Aber, weiß man nicht. Muss man da mal gucken. Ähm, ähm, ansonsten, äh, wurde noch, äh, mitgeteilt in diesem Investor Briefing, dass, äh, zwei Live-Service Games, äh, für das Fiskaljahr 3.23 geplant sind. Äh, und das soll kein Destiny sein. Das wurde ausdrücklich schon gesagt. Aber ansonsten ist noch nicht bekannt, worum es geht. Und außerdem sollen die, die PC-Einnahmen bis dahin um das 3,8-fache gesteigert werden. Ähm, was natürlich für uns eine gute Meldung ist. Weil man dann hoffen kann, dass mehr Ports kommen. Genau. Und, äh, da gibt's jetzt auch schon erste Hinweise, dass der nächste Port Returnal sein könnte, das Rock Lake für Playstation. Denn, äh, in der Steam-Database sind schon ein paar Begriffe gelistet, die zum Spiel passen. Also zum Beispiel Tower of Sisyphus, das ist halt dieser Turm, in dem man sich dann da hoch bewegt im Spiel. Und, äh, ja, das lässt schon mal den Rückschluss zu, dass da irgendwas geplant ist. Wann, wieso, weshalb, weiß man jetzt noch nicht genau. Aber da erfahren wir hoffentlich demnächst mehr. Ja, und einer der Wege, wo man das erfahren könnte, könnte die kommende State of Play sein. Die ist, äh, angesetzt für den 2. Juni schon, um 23.59 Uhr, äh, europäischer Zeit. Finde ich ganz cool, dass sie 23.59 Uhr schreiben, um, äh, 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 da zu verhindern, dass es verwirrend ist, wenn es um 0 Uhr ist. Und, es wurde schon gesagt, dass es diverse Enthüllungen geben wird. Es soll Sneak Peaks auf mehrere Playstation VR 2 Spiele geben. Und außerdem wurde auch noch, äh, im Rahmen dessen bekannt, dass mittlerweile für Playstation VR 2 schon mehr als 20 Spiele fertig sind. First- und Third-Party-Spiele. Also, da scheint das Start-Line-Up schon ziemlich beachtlich zu sein. Jo. Ja, wie sieht's aus, Tobi? Returnal. Ist ja eigentlich nicht so deine Art Spiel, oder? Ne. Also, ich, ich warte nach wie vor auf Ghost of Tsushima. Äh, das wär ich ganz gern. Mhm. Äh, Returnal brauche ich jetzt nicht unbedingt. Aber mein Gott, also, äh, ich will mich nicht beschweren. Es ist ja schön, wenn sie ihren Trend weiter fortsetzen. Ähm, solange sie vielleicht mal nächstes Jahr oder so dann äh, Horizon Forbidden West ankündigen, ist alles okay. Können sie vorher machen, was sie wollen. Genau, äh, äh, ja, dann, schauen wir einfach mal, was nächste Woche dann gezeigt wird. Da sprechen wir dann bestimmt einen kommenden Podcast-Drucker. Ja. Ja, du würdest es wahrscheinlich spielen, oder, wenn's rauskommt? Returnal. Ja, auf jeden Fall. Also, das, äh, ist mein, äh, Port, auf den ich am ehesten gewartet hab für die Playstation, also, wo ich richtig Bock drauf hätte. Ähm, ich weiß nicht, ob mir dieses Bullet-Hell-Element so gut gefällt, das würde ich dann erzählen, wenn ich es spiele, aber an sich finde ich das Spiel sehr, sehr interessante. Es hat ja auch sehr viel Lob bekommen, auch von Leuten, die sonst eher weniger was mit diesem Roguelike-Ding anfangen können. Also, es kam schon sehr, sehr gut an, auf jeden Fall, dass es irgendwie kommen. Ja. Kam das so gut an? Ich weiß es gar nicht. Das ist okay. Also, ich hab da sehr, sehr viele Leute, vor allem im Podcast, irgendwie lobend drüber sprechen hören. Okay. Dass es wirklich sehr gut funktioniert für sie, obwohl sie sowas sonst nicht spielen. Jetzt nicht auf dem Hardest-Level, aber trotzdem, äh, hat es funktioniert wohl. Ja, äh, ich finde ja die Idee einer Horizon, äh, Fernseh, also, beziehungsweise TV, Netflix-Serie, ähm, sehr interessant. Ähm, wobei ich mich noch frage, ob das dann Live-Action sein soll, oder vielleicht sogar irgendwas Animiertes oder so. Weil Live-Action wäre halt schon krass, ey, das wäre schon, also da müsstest du ordentlich, äh, Budget reinstecken, um das gut zu machen. Mhm. Weil es ist ja schon ein sehr abgefahrenes Szenario, ne? Also. Stimmt, ja, ich bin jetzt schon Live-Action direkt ausgegangen, aber du hast natürlich absolut recht, das kann ja auch irgendwas anderes sein, ja. Mhm. Ähm, da will ich mal noch nicht meine Hoffnungen zu weit oben ansetzen hier. Ähm, cool wäre es natürlich, also hätte ich schon Bock drauf, weil die Story war ja, also gerade vom ersten Teil war ja schon sehr, sehr geil. Also, das wäre so eine der wenigen Computerspiele, wo ich mir tatsächlich eine direkte Umsetzung gut vorstellen könnte. Aber, ja, mal sehen. Genau, warten wir ab, äh, ob es da demnächst was Neues gibt. Ja, das war's für diese Woche schon, wie gesagt, eher eine kürzere Folge. Das waren die Themen. Äh, wir haben schon mal eine kleine Aussicht auf nächste Woche, außer hier dem, außer der State of Play, werden wir voraussichtlich über Diablo Immortal sprechen. Und das erscheint ja ebenfalls am 2. Juni. Ähm, ja, da werden wir wahrscheinlich mal reinspielen und, äh, dann ist Tobi unser Fachmann hoffentlich. Äh, ja, passionierter Diablo-Spieler. Ähm, ähm, ja, ich werde mein Smartphone zücken. Tatsächlich. Ich hab, ich hab also auf dem PC, hab ich kann man schon preloaden. Ich hab den Preload schon gestartet für die PC-Version, von der ich mir allerdings nicht so viel erwarte, muss ich sagen. Ich glaube, dass, äh, das noch sehr, sehr rough sein wird, das Ganze. Ah, okay, ich hab den Preload auch schon durchgeführt. Ähm, ich wollte primär erstmal die PC-Version spielen, tatsächlich. Aber klar, die Handy-Version kann man dann ja auch noch ausprobieren. Ja, ich hab ja auch ein Tablet. Also, ähm, ich werd's vielleicht wieder auf dem Tablet spielen, dann ist das so der Mittelweg. Hm. Ja, das glaub ich ganz angenehm, wenn man ein bisschen größere Buttons und so hat. Das ist ein bisschen schöner. Ja, mal gucken. Genau, da sprechen wir dann. Weil, ich muss ja jetzt, ich muss ja jetzt damit vorlieb nehmen im Mobile, weil mein Steam-Deck ist ja immer noch nicht, äh, am Start hier. Was macht Marc? Die gehen mir langsam auf den Sack. Ich hab's halt, ja, ich hab's halt, zwei Stunden nach, äh, nach Eröffnung der Vorbestelleraktion, hab ich's vorbestellt. Und, äh, du hörst ständig von Leuten, die alle ihre Steam-Decks kriegen und ich krieg nix. Unfassbar. Naja, jetzt wird's halt Diapo Immortal. Richtig, dann brauchst du auch kein Steam-Deck mehr. Ja, okay, dann, äh, vielen Dank an die Feedback-Schreiber nochmal. Äh, natürlich können auch gerne andere sich melden, wenn ihr Feedback-Kritik-Anregungen habt, gerne an uns loswerden. Oder wenn ihr sagt, äh, ich will selbst bei meinem Podcast teilnehmen, sei es mit einem eigenen Thema oder einfach so. Äh, wir freuen uns immer, wenn wir da Unterstützung kriegen. ähm, da könnt ihr euch gerne bei uns melden, entweder per E-Mail unter pcgcpodcast at gmail.com über Twitter unter dem Handel at podcast pcgc oder ihr joint einfach den Discord, wo wir uns auch mal drüber freuen, wenn da die Community wächst. Äh, das ist discord.gg slash pcgc, aber ihr findet auch immer den Links an so einer Folgenbeschreibung. Ja, dann, äh, vielen Dank fürs Zuhören, liebe Zuschauer, und schaltet gerne nächste Woche wieder ein zum PC Games Community Podcast. Tschüss! Tschüss! Ja, es ist halt schade, dass er da nicht, äh, irgendwie was freimachen kann, aber, gut, wir haben leicht reden, wir sind halt unsere eigenen Herren, sozusagen. So ist das. Das ist der Familie Boy. Ja, er hätte vielleicht auch mal, äh, wie in der letzten Hörerfrage, seine Beziehungen durch Gaming ruinieren lassen sollen. Ja, echt. Dann hätte er jetzt Zeit. Olli, falls du schneidest dieses Mal, überleg dir das. Deine Söte sind noch in zehn Jahren erwachsen. Genau. Schmeißt du das immer raus hier. Früh übt sich. Weiß ich nicht. BD1 ist ein Cis. Keine Ahnung. BD1 sperrt sich die ganze Zeit im Badezimmer ein und so. Wenn man nie nur laut wird, das ist äquivalent wie, weiß nicht, wenn er mit dem Gürtel ins Kinderzimmer kommt. Das Sofa ruft. Ich höre es ganz deutlich von oben. Was ruft? Das Sofa. Ach so. Das Sofa. Ich habe Suppe verstanden. Ne, die Suppe ruft nicht. Ich komme doch mit nach oben. Bin da. Also nicht auf.